Ich muss schon sagen, so sehr ich auch mich auf FF6 freue, ich freue mich schon, wenn wir mit dem Pixel Remaster durch sind. Weil, oh, das Intro. Weil der Stil wird schon langsam ein bisschen alt. Ich meine, hätten wir die OG-Version gespielt, oder generell ältere Versionen gespielt, dann hätten wir da auf jeden Fall einen kleinen Wechsel im Laufe der Stile gehabt. Dann hätten wir da so ein bisschen Variety gehabt, aber Pixel Remaster natürlich sehr nice. Dann hätten wir, die ersten drei würden sehr ähnlich aussehen. Die ersten zwei würden sehr ähnlich aussehen, dann drei und vier würden sehr ähnlich aussehen und fünf und sechs würden sehr ähnlich aussehen. Aber ja, hiernach sieht dann jeder Teil komplett anders aus. Der Magikrieg, als seine alles vernichtende Flammen erloschen, schwand auch die Magie von der Welt. Ich glaube, ich sollte das skippen, oder, Chad? Wenn ich ein neues Spiel starte, dann kommt das nochmal. Tausend Jahre verstrichen, die Menschen ersahnen Maschinen und ließen eine neue Zivilisation erblühen. Wie viele Teile gibt es? Viele. Die Serie existiert auch schon seit 35 Jahren oder so. Doch auch heute gibt es solche, die nach magischen Kräften dürsten, um mit ihnen die Welt zu knechten. Sollte vergangenes Unheil sich wiederholen, haben die Menschen nichts gelernt. So wie halt auch Pokémon und Zelda. Auch so andere Franchises, die halt auch seit irgendwie 30, 35 Jahren existieren. Die haben ja auch massig an Spielen. Ne? Wird schön befeuert. Ist ja auch geil. Okay, Final Fantasy VI, Leute. Ich habe es nur einmal in meinem Leben gespielt. Ich habe die GBA-Version gespielt. Weil das war, glaube ich, die einzige bei uns hier. Oder ich glaube, Pixel Remastered ist die einzige Version neben dem GBA, die auf Deutsch ist, oder? Ich glaube, GBA war bei uns die einzige Version, die Deutsch war. Alle anderen waren immer auf Englisch. PS1, nee, PS1 war auch Englisch. Ich glaube, nur GBA war Deutsch. Ja, okay, Handyport, okay. Und, äh, ja, ich habe nur einmal gespielt, die GBA-Version. Äh, und das war, keine Ahnung, auch so für fünf Jahre oder so. Für fünf, sechs Jahre habe ich es gespielt, zum ersten Mal in meinem Leben. Äh, war sehr nice. Viele coole Charaktere. Also, hier gibt es wieder ein bisschen nicere Story. Viel, äh, viel Charakterplot. Äh, sehr, sehr cool. Äh, Galerie. Und das ist so eines der Fan-Favorites bis heute noch. Mit so einer der beliebtesten. Vor allem unter den Boomern. Relax, danke schön für ein Jahr mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ah, die Artworks sind so cool, man. Wait, bin ich, bin, bin kein Boomer. Doch, doch, besser. Spirit in Steel. Spirit in Steel. Crazy. Und hier gibt es auch nicht wirklich einen richtigen Protagonisten. Hier ist jeder, hier kriegt jeder Charakter so ein bisschen Story. Äh, man könnte meinen so, dass die, das Girl hier quasi die Protagonistin ist, aber auch irgendwie nicht so wirklich. Die ganze Gang. Tattoo de Blasen. Tara Brantford. Junge. Wilder Grafikstil. Äh, das ist ein Zeichenstil. Das ist keine Grafik. Das wurde gezeichnet mit Pinsel. Das sind Artworks. Mini. Ja, auf jeden Fall gibt es hier sehr viel. Sehr viel zu schauen. Sehr viele Charaktere. Sehr viele coole Charaktere. Äh, ja. Gehen wir rein. Äh, ich muss kurz wieder was einstellen, ne? Was ich immer, glaube ich, am Anfang immer einstellen muss über den Pixel Remastern. Das war die Schriftart. Genau, die muss ich kurz erinnern. Äh, warte. Gehen wir mal? Ja, okay. Ja, dasselbe nochmal. Der Magikrieg kann man überspringen. Okay, überspringt's. Der epische Song-Chat. Der Song einer ganzen Generation. Bänger. Ich liebe die Szene so sehr mit der Musik. Es ist so ästhetisch. Endlich Gundams Halle oder sind Magitek? Und das hieß damals bei uns Final Fantasy 3, ne? Und das war so das erste Final Fantasy, was bei uns auch in Europa richtig durch die Decke ging. Und dann mit 7 halt komplett alles abgerissen. FF6 kam, glaube ich, nur als 3 in Amerika. Ja, irgendwie sowas. Also ging's von 3 auf 7 quasi für viele Leute im Westen. Ging's halt von 3 direkt auf 7. Das Mädchen bildet die Vorhut und keine scharren Mützel. Wir haben eine Mission vorwärts. Die Espa ist weiter hinten. Los, vorwärts. Das ist Wedge! Das ist Bix und Wedge, oder? Das sind auch wiederkehrende Namen innerhalb der Serie. Hier kommen die zum ersten Mal vor. Das Imperium wird kein leichtes Spiel mit uns haben! Nee, ich glaub, die hatten wir bisher noch in keinem Teil gehabt. Kriegst du ein Wedge, oder? So ein Dänger. Oh, ist so kurz. Beim nächsten Kampf. Imperiale Magitek Max! Nicht einmal mehr Nasche ist sicher! Nasche ist jetzt voll am Arsch. Oh, Bänger, Mann. Feuer-Komprimant. Blitz-Komprimant. Und die hat auch noch Magie. Wieder Feuer. Ich kenne jemanden, der eine Katze hat und ich keine. Auch was? Ich kenne jemanden, der eine Katze hat. Und ich kenne auch jemanden, der keine Haustiere hat. Cool. Freut mich für dich, denke ich. Im Namen der Stadtwache Nasches. Ergebt euch, elende Eindringlinge. Magitek-Rakete. Eliminator einfach, Digga. Jo, der wurde ja komplett eliminiert. Ich glaube, der wollte uns hier ein Rätsel machen. Wollte uns im Chat so ein kleines Rätsel machen. Wenn wir es richtig erraten, dann wären wir reich. Alle. Konfusator. Okay, verbiert oder so. Das sind sowas, wenn ich gar mit Tänzer-Demon-Bespräche entwirkliche. Das FF6-Battle-Team ist der Grund, warum ich das Battle-Team aus den Vorgängerteilen nicht genießen kann. Das ist einfach peak. Die sind alle geil. Als ob du die jetzt deshalb nicht genießen kannst. Okay. Es gibt nur noch einen Song, den ich in meinem Leben höre. Wenn er nicht der ist, dann hasse ich jeden anderen Song. Wir sind ja wirklich eingekesselt. Wir sind umzingelt und eingekesselt. Scheiße. So, jetzt kommt die Rakete. Magitek-Rakete. Abfahrt. Geil. Die hören sich alle so scheiße an im Vergleich. Du hörst dich scheiße an. Ich lese deine Nachrichten und deine Nachrichten klingen einfach wie scheiße. Was ist dein Problem? Verstärkt im Verteidigungsring. Äh, Bio-Blaster haben wir noch nicht gesehen. Okay, einfach alle gelöscht. Weg geblastet. Ich hatte ja auch, äh, äh, ein Ding jetzt, ne? Seine Inspiration her hier. Was den Story-Aufbau angeht, ähm, äh, Octopuff-Traveler. Was ja viele auch ja kennen, ne? Dass man so die Charaktere so einzeln immer irgendwo getrennt so kleine Storys von denen bekommt. Und dann treffen die sich später alle miteinander oder so. Das heißt, die gefrorene Esper sei in einem neuen Stollen entdeckt worden. Vermutlich irgendwo hier drin. Oder hatte das Dragon Quest vorher? Irgendein alter Dragon Quest hätte das auch gehabt. Junge, die Köpfe von Bixx und Wedge. Zwillinge. Zwillinge. Wer hat das? Der Schlosser einfach. Okay. Einfach der Schlosser. Ich kann mich an damals erinnern, als ich mal die SNS-Mini gekauft habe und den F6 nicht angefangen habe, weil man am Anfang Hunde töten muss. Da sind Prinzipien. Da ist ja Keggy. Ach so. Was hat der Schlosser getan? Naja, nichts. Er verteidigt sich nur. Es klingt ja so, als würden wir hier gerade zum Imperium gehören und würden hier irgendeine unschuldige Stadt raiden. Weil hier irgendwo eine Esper ist. Und die Dorfbewohner verteidigen sich halt, ne? Das erledige ich. Geht in Deckung. Nie solltet ihr die Esper bekommen. Nimm mir auf sie! Oh, Bosskampf. Oh, der Song ist so gut. Wartet. Das ist ja unglaublich. Die haben die abgerichtet. Etwa ne Ahnung, was das ist? Schau mal, was von Depotis, Depotis-Schnecken gehört? Schau mal, das sind Monster, die Energie absorbieren. Und in ihren Panzer speichern. Junge, ich verbinde diesen Song eher mit Final Fantasy 14 als mit 6, ne? Weil es war noch die Zeit, wo ich viel geradet habe in FF14. Und da lief halt der Song immer im Raid. Also, sieh dich vor. Ziel bloß nicht auf den Panzer. Alles klar. Ja, ich kann jetzt auswählen, Panzer oder Kopf. Und wir gehen jetzt auf Kopf, ne? Okay, versteckt sich. Jetzt warten wir. Oh, die Geigen, denke ich, aber noch. Da kommst du irgendwann raus, Diggi? Okay, das ist wieder da. Just like me, for real. Rokido! Boah, den ersten Boss im Deck ist in der Welt, Alter. First Try, ja man. Wir hätten Gamba machen sollen, ne? Verdammt. Warte, ich geh mal zurück. Äh, heilen. Warum hat die nur 37 Leben? Ja, wahrscheinlich hat sie ja aufs Maul bekommen. Das ist doch eine Heilung, ne? Ne, ist gar keine Heilung. Oh, ich dachte, man heilt sich hier. Das ist wirklich nur ein Speichertunkt. Das ist ja egal, ich kann hier überall schnell speichern. Hm, Saxophon, Alter. Romantische Musik. Ja, ja, wahrscheinlich... Wahrscheinlich kann ich dort zelten. Ist das die Esper? Das ist also die gefrorene Esper. Gefrorene Esper. Einfach Papagei. Jinkwa stimmt nicht mit dem Ding. Gefällt mir ganz und gar nicht. Die gefrorene Kreatur beginnt, ein unheimliches Licht auszustrahlen. Was ist das für ein Licht, Mann? Wow. Was war das denn jetzt? Hey, Veg, wo steckst du? Was war das denn jetzt? Hey, Veg, wo steckst du? Was passiert mit mir? Einfach komplett dematerialisiert. Ich hab früher als Kind immer Wettker genannt. Immer Wettker. Bix und Wettker. Moin! Wo bin ich? Na nun, schon auf den Beinen. Dabei hab ich den, äh... Knechtreif doch gerade erst entfernt. Dieses Stechen. Mein Kopf, alles dreht sich. Sie hatte einen Knechtreif gehabt. Da ist der Knechtreif. Oh, die Musik. Ruhe dich aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Reifers. Wer ihn trägt, ist deines Willen beraubt und tut alles, was man ihn aufträgt. Ich kann mich an nichts erinnern. Sorge dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie versklavt von Imperium. Oh, wir können hier... Können wir alle benennen, Chat hier? Oder nur Terra? Das hab ich ja gar nicht vergessen, Chat. Ich kann wieder Namen verteilen. Wer möchte Terra sein? Ähm, lass mich kurz mein... mein Ding jetzt aufrufen. Ähm, so ein Giveaways. So, und zwar möchte ich, dass ihr einen bestimmten Begriff in Chat schreibt. Und das ist... Mit kleinen Buchstaben-Chat schreibt in den Chat Saft. Und 3, 2, 1, boom! Es ist Robert! Nennen wir sie dann, äh, Roberta? Robert! Und Spotfeuer! Dankeschön, für 18 Monate. Ist es okay für dich, Robert, wenn wir sie Roberta nennen? Okay. Roberta! Diesen Namen benutzen? Yep. Okay. Mein Name ist Roberta. Beeindruckend! Dein Geist scheint stark, mein Kind. Öffnet die Türe! Händigt uns das Mädchen aus, das den Magetec-Mack steuerte. Hey, Momonaito! Äffnet auf der Stelle! Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen! Sie ist eine Handlangerin des Imperiums! Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Fliehe. Den Hitzköpfen ist mit Argumenten nicht heimbeizukommen. Hier entlang, schnell. Das Magitek-Mädchen. Ah fuck, ich wollte noch mit ihm reden. Dort drüben, hinterher. Ne, die Hunde lassen wir jetzt in Ruhe. Die bleiben jetzt. Die bleiben am Leben. Die lassen wir in Ruhe. Und das ist am Ende des Tages immer noch ein Videospiel. Im Videospiel stirbt niemand. Auch keine Hunde. Die werden nur besiegt. Die Sprites sind hier auch anders als in 5, oder? Die Sprites in 5 waren kleiner. Die waren so Chibi-mäßig, oder? Ja, ne? Die waren nicht so komplett pixelated. Die werden ausgelöscht. Nein, die werden nur besiegt. Die werden besiegt und dann für die Story halt irrelevant. Weil sie halt besiegt sind. Wer? Ratte! Ich muss den Kampfsteller einstellen. Sie kann Feuer. Aber im Kampf sehen die Sprites gleich aus. Phönixfeder? Nice. Ähm, Einstellungen. Kampftempo. Schnell. Sehr schnell. Machen wir mal schnell. Äh, und wir machen wieder den Boost, ne? Für Gil an. Magie-Lernpunkte. Das machen wir auch mehr, ne? Damit wir nicht grinden müssen. Für Skills. Geist da. Wer dich am Ende meines Lebens auch besiegt und die Story irrelevant? Du bleibst unsterblich. Denn du bist unser Ass. Chats, wie sieht's hier mit, äh, mit Secret... Secrets aus? Versteckte Wände? Versteckte Gänge? Gibt's hier auch viele? Da ist sie! Stabbt sie euch! Ich meine nicht. Bin auf 5.6 gespannt. Hab ich noch nicht gespielt. Bin noch kein Wiki drin. Okay. Muss ich wohl diesmal alles alleine machen. Seht her, seht her, die berühmte Magitech-Kriegerin. Hi, hi, hi. Mit diesem Knechtreif wirst du mir hörig sein. Das ist ja schon unser Boy, der G-Kefka. Das ist gerade so ein Flashback von ihr. Sie erinnert sich gerade, wie sie den Knechtreif bekommen hat. Ah, 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 ah. Ich hab Kefkas Lache sehr gut nachgemacht. Sonic X ist ja gut nachgemacht. Oh, ah, 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 ah. Rechts so, rechts so. Oh, ah, 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 ah. Rechts so, rechts so. Oh, ich hab's doppelt gelesen. Vernichtet sie! Äschere sie ein! Oh, ah, 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 ah. Gestahl. Tapfere Soldaten, höret mich. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das glorreiche gestallische Imperium hat die Magie wiederentweckt. Nur erwählte wird diese heilige Kraft zuteil. Herrschen werden wir über alle Lande. Unsere Zeit ist gekommen. Hurra! Lang leben, Imperatorgestahl! Scheinbar soll's Hidden Passages geben, okay? Also muss ich immer noch jede Wand anlaufen? Da bist du ja endlich, Junge. Ich hoffe, du hast dem Diebeshandwerk ein für allemal abgeschworen. Da ist ja unser Boy, der G. Ein rastloser Wanderer, ein Jäger, der das Abenteuer lebt und weit mehr noch schätze. Locke! Okay. Auf-Locke. Wer möchte den Namen auf-Locke haben, Chat? Was hab ich verpasst? Du kommst genau richtig. Locke kann dir gehören. Wobei, du warst schon mal dabei, ne? Du hattest schon mal einen Namen gehabt. Ähm, schreibt in den Chat. Mut. M-U-T. Einfach nur Mut. Denn dieser Junge ist sehr Mutig. Entgutig. So, roll it! Wir haben Linking! Soll ich ihn einfach Linking nennen? Einfach Linkspartei! Wir nennen ihn Linkspartei. Linking? Soll ich ihn einfach Link nennen oder soll ich ihn wirklich Linking nennen? Ja, geht fit. Okay. Long. Ne, Long ist bei Zelda. Ich, ein Dieb? Ich borge mir lediglich, was sowieso niemand mehr braucht. Ja? Und die Anrede meiner Wahl ist immer noch Schatzjäger. Haha, nichts als Wortspielerei. Da gibt es einen elementaren und juristischen bedeutsamen Unterschied. Genau. Schatzjäger sind keine Kriminellen, Diebe schon. Übrigens, warum hast du mich gerufen? Ach ja, richtig. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe doch tatsächlich jenes Mädchen getroffen. Ist das wahr? Sprichst du von ihr? Dem Mädchen mit den magischen Kräften? In genau diesem Moment sind ihr Nasches Wachen auf den Fersen. Mächtig genug ist Nasche, dem Imperium zu trotzen. Doch zu trotzig sind leider auch seine Bürger. Eine Widerstandsbewegung, wie die Rückkehr zu unterstützen. Die sind mächtig genug, um dem Imperium zu trotzen? Wir sind gerade mit drei Magiteks hier reingelaufen und haben alle niedergemäht, Digga. Ich habe ja versucht, ihnen zu erklären, dass das Mädchen lediglich eine Marionette Gestahls war. Doch glaubt nicht, sie schenkten mir auch nur ein Sekunde Gehör. Diese Hitzköpfe. Verstanden. Ich werde ihr zur Flucht verhelfen. Verlasse dich auf mich. Sehr wohl. Euer Weg sollte euch zuallererst zum König von Figaro führen. Buhu. Der kommt einfach runtergejumpt. Halt das Ford Kondo. Hast du eigentlich die Liste mit den Namen, welche schon in anderen Teilen genommen wurden aus Chat? Nö. Ähm... Cutie Pie hatte mal eine Liste gehabt. Aber ich glaube, sie ist momentan im Urlaub. Da ist sie! Schnappt sie euch! Verdammt! Das ist ja ein ganzer Haufen! Kupu! Kannst du mir gerne schicken, ja. Mogis? Wollt ihr uns etwa helfen? Kupu! Das sind keine Furries, das sind Tiere. Wir werden die Stadtwachen in Schach halten. Sollten wir den Plan genau erklären? Ja, schieß los. Ihr kämpft in drei verschiedenen Gruppen. Mit der L2-Taste kann zwischen ihnen gewechselt werden. Bezwingt den Anführer der Wachen, bevor seine Leute Roberta erreichen. Sonst ist der Kampf verloren. Oh, Minigamechat. Ach, du meinst die anderen Furries, die da von unten gerade kommen. Ja, die Furries sind gefährlich. Er kann spielen. Nur weil sie nicht mehr durch das Halsband kontrolliert wird, heißt das nicht, dass sie nicht doch mit den Werten ihrer Unterdrücke beeinstimmt. Ihr tut sie ja nicht. Das hat sie ja schon gesagt. Das ist eine gute. Nee, ich mein, äh, die Leute kennen, also, die scheinen wohl bekannt zu sein. Der Typ hat ja sie auch irgendwie gesagt, so, yo, äh, Locke oder Link. Da ist dieses Mädchen, das eine Mädchen mit Magie und so. Und der sofort, ach die, okay, und zieht jetzt los. Also sie scheint wohl irgendwie eine Bekannter zu sein. Eine große Nummer hier zu sein. Schön, die heißen, ich hab die auf die Namen gar nicht geachtet. Moglin, Mogret, Moggi. Die süßen. Und Link. Oh shit, was passiert denn hier jetzt auf einmal? Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Sollte reichen, ne? Den anderen beleben wir nicht wieder. Der kann liegen bleiben. Das schaffen wir schon. Nein, nicht den Sturm. Okay, vielleicht schaffen wir es doch nicht. Der kann wohl jetzt nur im Finale erkamen. Ja, komm, dann verbrauchen wir die Phönix-Feder. Kann auch einmal schlagen. Ah, das ist sogar ein Bosskampf. Ei, ei, ei. Ja, ich kann ihn nicht heilen. Einfach drauf, wa? Boah, der Block war wichtig. Boah, die Blöcke. Maschinen. Moogris, ich danke euch vielmals. Aber ja, ich kann natürlich die Bewohner hier... Bewohner. Äh, die Bewohner auch hier nachvollziehen, klar. Ich würde auch nichts dem vertrauen, was das Imperium hier reinschickt. Es war dieser Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Wieder First Try. Der Mann spielt das heute noch durch. Ich hab'n Lauf. Oh, du bist wieder zu dir gekommen. Bin ich in Sicherheit? Hast du mir geholfen? Bedank dich bei Moogris. Uh, ich kann mich an keine Moogris erinnern. Auch nicht daran, was vor ihrem Auftaufen geschah. Oder an das, was davor passierte. Heißt das, du hast dein Gedächtnis verloren? Es kommt sicher zurück mit der Zeit. Amnesie, hm? Hab keine Angst. Ich werd' dich beschützen, ganz sicher. Ich kann, äh, doch jemand mit Gedächtnisverlust nicht einfach im Stich lassen. Ich beschütze dich, vertrau mir. Äh, Muggles ist der englische Name. Quasi für Moogris. Kann sein, dass die in Kingdom Hearts den englischen Namen genommen haben. Muggles. Okay, äh, darf ich trotzdem in die Stadt nochmal rein? Wahrscheinlich ein bisschen gefährlich, aber ich speichere mal kurz. Einfach so 5-D-Schach. Jemand, äh, dort einschleusen, der eh zu dir gehört. Und wenn dieses Stirnband da abnehmen glauben, die gehört zu den Guten, ja. Was, du schon wieder? Ja, okay. Ich glaube, wir sollten da nicht rein. Sieht übel aus, Mann. Wir müssen unverzüglich in die südliche Wüste aufbrechen, nach Figaro. Ich dachte, vielleicht kann ich mir nochmal ins Bett reinlegen, ein Schläfchen machen. Dies ist die Schule für Abenteuer-Novizen, riskiert einen Besuch. Maschinen mögen uns unser Leben erleichtert haben, doch dort draußen lauern noch immer eine Menge Gefahren. Eine weltvolle, seltsame Monster ist dies. Weiser Rad würde euch sicher zum Vorteil... Weiser... Achso, das Punkt war... Kann ich lesen? Cool, nice. Ja, hier gibt es dann einfach Tipps, ne? Gameplay-Tipps. Sowas wie... Wenn du auf Attacken drückst, dann machst du Damage. Ich will die Jungs alle erstmal ausnehmen hier, ne? Oh, Schlafsack. Hat Taddeus nicht davon gesprochen? Das ist, glaube ich, generell ein Begriff in der Musik. Figaro, Figaro, Figaro! Wait, do you speak English? I not speak English, I speak Germanus. Gott schütze den Kaiser! Einfach gegen mich? Keine Falle, ne? Why did Yuzu support Piracy? Why did Yuzu support Piracy? Digga, are you alright in your brain? Are you fit in your brain? Use the support Piracy intended to take down the Emulator? Scheiße, we have to kill Emulator! Let's make Emulator away, Digga. Ähm, sieht schon sehr anders aus, oder? Also ich dachte, es wird doch so wieder aussehen wie der fünfte Teil. Und der vierte und der dritte. Aber der sieht bisher, glaube ich, so am anderssten aus. Oder? Das klingt weird, am anderssten. Dunkelgreif und Mümler! Der sieht einfach aus wie das echte Leben, ja. Am Thomas-Andersten, ja. Es gibt Menschen, ey. Oh, Chat, guckt euch die Vögel an. Die haben auch so einen Knechtreif, oder? Die Vögel wären eigentlich unsere besten Freunde. Aber die haben so einen roten Reif. Und den Joker. Das ist doch ein Bot. Kann auch so sein, dass das ein Android ist, ja? Keine Ahnung, Vicky. Halt! Der Song-Chat! Ah, du bist's! Kann's passieren! Ähm, wo ist das hier? Neuausrüstung. Bestimme die Ausrüstung nach Svar wechseln. Nach Ausrüstungsgründen wechseln wird optimiert. Ich wollte... Musikmodus. So'n schöner Song. Und, Chat, besteht ihr so zu Juso? War schon beim ersten Mal echt ein nerviger Boss in Sekiro, oder? Dort unten befindet sich der Maschinenraum der Burg. Momentan werden dort routinemäßige Wartungsarbeiten für den Fall einer plötzlichen Mobilisierung unternommen. Weg da! Unten ist es zu gefährlich. Okay. 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 Der König erwartet euch. Mir wird die Wette von gestern als noch nicht abgeschlossen angezeigt. Ich bin immer noch belieber. Ich seh's bei dir gerade. Hab ich sie gestern nicht abgeschlossen? Oh, tatsächlich nicht. Der König erwartet euch. Figaro, Figaro, Figaro! Ich will ja alles klauen erst mal. Goldnadel, stark. Willkommen. Uh, ein Shoppie! Ähm. Wie viel Cash habe ich? 8000. 9000. Ja, wir kaufen uns ein bisschen Gegengift. Wir kaufen ein paar Goldnadeln. Wir kaufen ein bisschen Echo Rauch. Ein paar Phönix Nadeln. Ähm. Vielleicht so zwei Zelte. Ein paar Schlafsäcke. Und Rest, alles in Potions. Hast du eigentlich auch mal vor, Chrono Trigger zu streamen? Potion. Gegengift. Willkommen. Uh. Ich hätte hier vielleicht vorher reinschauen sollen, oder? Kakophon. Bioblaster. Autoarmbrust. Eine Waffe, die alle Gegner in einen Hagel aus Pfeilen taucht. Anwendbar über das Kommando Gadgets. Okay, gut. Ich glaube, Gadgets kann von uns noch keiner. Oder ich kriege hier einen Charakter, der Gadgets benutzen kann. Und das ist für ihn gedacht. Turmspitze. Vor allem die, die, die oben, die Propeller drin, Alter. Ich habe schlecht Lüftung hergedacht, aber ja. Sieht so, als würde es gleich abheben. Bopopopopau. Das Imperium kommt. Wir müssen davon. Und dann fliegen die weg. Der König wartet auf euch. Jaja, ich muss noch looten, Digga. Genau, Inspektor Gadget. Kommt gleich. So. Ich bin da. Diese junge Frau also soll. Wer bist du? Entschuldigt bitte vielmals. Zeigt ihr gerade einen Mittelfinger? Er steht einfach da. Wer sind sie? Äh, Entschuldigung. Wie konnte ich es wagen, eine solche bezaubernde Frau wie euch im Ungewissen zu lassen? Ein junger König, dessen Wüstenreich Figaro in Allianz mit dem Imperium steht. Er ist der Vorreiter der technischen Zivilisation. Edgar! Okay. So. Wer möchte gerne der gute Edgar sein? Wir nehmen das Keyword. Flasche! Schreibt in den Chat Flasche. Wenn ihr gerne der Edgar sein möchtet. Da ist die Liste. Dachte du machst User oder Pirat? Ich bin Pirat. Achso, du meinst für die Wortwahl. Roll it! Es ist Fatality. Junge, er heißt einfach Fatality. Fatality. Fa... Oh. Fa... Ta... Fatality. Fatality. Moritz, du bist zu spät. Pamst, du bist auch zu spät. Fatality. Roberta, Link und Fatality. Gestatten, Fatality. König von Figaro. Na? Hättest sicher nicht gedacht, dass ich so einflussreiche Freunde habe, was? Junge Link am Flexen. Das ist ein Riss. Also dann, bis später. Wir sehen uns abends auf meinem Zimmer. Ich hörte, ihr gehört dem imperialen Truppmann. Sorgt euch nicht. Mein Reich steht im Bunde mit Gestahl. Ruht euch etwas aus. Ich werde mein Bestes tun, einer liebreizenden Dame wie euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Warum bist du so nett zu mir? Ist das wegen meiner Kraft? Die Antwort ist denkbar einfach. Erstens bin ich längst bestört und betört von eurem Liebreiz. Zweitens brenne ich darauf zu erfahren, welcher Typ von Mann euer Herz zu erobern vermag. Aha. Eure anderen bezaubernden Kräfte rangieren abgeschlagen auf Platz 3. Was ist Platz 2? Äh, ja. Sieht ganz so aus, als hätte mein Charme Rost angesetzt. Sicher hat er recht. Andere Mädchen hätten sich bestimmt geschmeichelt gefühlt. Der eine Dude in der Party, der einfach Fatality heißt. Er verteilt die Fatalities an die Bosse. Ähm, wo waren die zwei Türen, wo ich nicht rein konnte? Äh, nee. Sie waren das nicht. Äh, waren da nicht gerade irgendwo zwei Türen, wo es zwei Typen davor standen? Waren die oben? Ne. Ah, hier. Die meinte ich. Wollt ihr ein wenig euch ausruhen? Jupp. Seine königliche Hoheit Fatality ist ein Frauenheld, wie er im Buche steht. Ob Großmutter oder junges Mädchen, jede muss er umgarnen. Achso. Vor kurzem machte der König sogar der Hohepriesterin schöne Augen. Na, die hat dabei ihr Nudelholz geschwommen. Okay, der wird alles gebumst. Juck den nicht. Frau ist Frau. Hauptsache rein. Vorbild. Das ist die Hohe Priesterin. Fatality hat einen Zwillingsbruder, ein guter Junge, dem die Familie alles bedeutete. Oh, und jetzt springen wir rüber zu ihm. Oder was? Ne. Doch. Da ist er. Fatality. Was ist auf einmal mit Vater geschehen? Er redet von Nachfolge. Hast du es denn gar nicht bemerkt? Lies in seinem abgemagerten Gesicht. Was soll das bedeuten? Fatality. Waren das Tränen? Der Zwillingsbruder von Fatality, dem Königsthronen, sagt, zog er in die Welt, um Freiheit zu finden. Sabine. Okay, wer möchte Sabin sein? Schreibt in den Chat. Schreibt in den Chat Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Und 3, 2, 1. Er ist das Habeldabel. Den hatten wir schon mal gehabt. Machen wir nochmal. Nordic Wolf. Sollen wir ihn einfach nur Nordic nennen oder einfach nur Wolf? Nordic reicht. Nordic. So trug er es sich zu. Nordic war sein Name. Sicher ist er längst ein stattlicher Mann aus ihm geworden. Als er uns verließ, war er von kleinerem Wuchs als Fatality. Sein Wesen war sanft. Wo er jetzt wohl weilen mag? Weißt du, was der König gesagt hat? Dass wir mal heiraten, wenn ich groß bin. Wir heiraten, wir heiraten. Nee, du heiratest mich nicht. Lass die Finger von mir. Die drei Länder auf dem südlichen Kontinent hat das Imperium schon unterjocht. Und wir sind die Nächsten. Aber ich dachte, wir sind cool mit den Imperien. Also Figaro. 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 Gibt es hier außen noch irgendwas? Aber ja, hier mit diesen Dingern hier im Boden sieht es so aus, als würden die halt wirklich einen Großteil auch unter dem Sand haben an Gebäudestrukturen. Die hochentwickelten Waffen und Items, die wir produzieren, werden an die Händler Süd Figaro's geliefert. Für die Bau. Haben einfach riesige Lüftungen. Ich meine, wenn die wirklich unter der Erde da leben, dann brauchen die das ja. Willkommen auf der Wissenburg. Figaro. Auf der ganzen Welt studieren gelehrte Magie, doch schwer zu fassen ist, was man nie mit eigenen Augen sah. Es heißt, unser Vorfahren soll eine Kraft namens magiefähig gewesen sein. Jene, die diese Kraft beherrschen, wurden Magie genannt. Sollte es ja nicht relativ kühl sein, es geht ja nicht darum, dass die da sind, um zu kühlen, sondern damit du dort Sauerstoff vernünftig hast, I guess, und die Luft filtern. Darf ich mal noch nicht rein? Die ist nie eingesperrt. Gestattet Wolfram von Stibitz, auch bekannt als einsamer Wolf. Kein Schloss ist vor mir sicher. Ja, doch. Das hier. Dieses Gesindel rottet mit Fug und Recht im Kerker. Gefährlich sind die. Haltet euch von den Zellen fern. Könnt ihr, kann mir einer empfehlen, mit welchem FF-Teil man starten sollte? Bevorzugt die 3D-Spiele. FF 8 ist der Beste. Danach brauchst du keinen anderen mehr zu spielen. Buh, buh, buh. Äh, aber. Was jetzt? Soll ich jetzt einfach gehen, oder was? Alleine? Alleine? Falsche Meinung. Komische Art und Weise, FF 7 zu sagen. Definitiv 10 der Beste Teil. Ja, dann. Wie es aussieht, musst du jetzt wohl 7, 8 und 10 spielen. Gleichzeitig. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, spielen einfach alle gleichzeitig. Was Chocobus angeht, bin ich Experte. Zum Vorwärtsbewegen auf den Richtungsdassen. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich hab kein Geld, um Chocobus zu reiten. Buh, 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 buh. Also, ich würd sagen, du skippst einfach FF und spielst gegen nem Harz. Nee, so funktioniert das nicht. Liquid. So funktioniert Marathon nicht. Das geht nicht. Diese Tunnel führen zur Stadt Südfigaro. Doch momentan kann ich niemanden passieren lassen. Okay. Dann muss ich mit jemandem noch in der Stadt reden, I guess. Weil ich hab mich auch gewundert, dass ich jetzt einfach so ohne... Halt! Dass ich jetzt einfach so ohne... Ohne Link und ohne... Fatality gehen? Aber wo sind die? Die Burg ist leer. Chat, wo muss ich hin? Die Burg ist leer. Oh, der ist ja wieder. Und? Wusste mein Burg euch zu gefallen? Okay, man musste sich einfach nur umschauen. König Fatality. Eine imperiale Gesandtschaft. Nähert sich der Burg. Kefka. Mach die Lache. Mach die Lache. Ich geht, ich geht, ich geht. Gestalt stämliche Befehle. Alles voller kratzigem Sand. Fatality, du Volldepp. Musst du ausgerechnet in dieser stinkenden Wüste deine Sandburg bauen? Meine zarte Haut ist ganz aufgeraut. Von Sonne und Sand. Denkt daran niemand? Ihr Würmer, seht meine neuen Lackschüchen ganz staubig. Lackschu. Die machen die sauber. Mein Herr, glänzen wie am ersten Tag. Ja, die Lache. Wie öde. Ich kann sie nicht. Lord Kefka. Aus welchem Grund mögt ihr uns die Ehre? Er war... Er ist im Weg, Elender. Oh. Hey, mach's nochmal. Euer Sieg, äh, eure Siege scheinen euch zu Kopf gestiegen. Sind nun gar eure Bündnispartner bedroht? Bündnis? Wovon träumst du? Mit eurem erbärmlichen Kleinstadt? Ich hörte, drei Lande fielen bereits unter imperialem Schwerte. Was hackt ihr aus? Das geht dich gar nichts an. Welche wichtiges Anliegen führt den Hofmargos Gestalt höchst selbst zu uns? Mein Munkel, du gewährst einer Frau aus unseren Reihen und der Schlupf-Fatality. Du meinst die Frau, von der gesagt wird, sie habe magische Kräfte? Das geht dich ein feuchten Kirich dann. Spuck's aus, wo steckt sie? Ach, könnte ich mich doch nur daran erinnern. Mein lieber Kefka, Frauen umgeben mich wie Sterne am Himmel stehen. Es wird dir nichts nützen, sie zu verbergen. Hoffen wir, dass dein geliebtes Figaro von Unheil verschont bleibt. Irgendwie habe ich diese Lache immer mit SM64 verbunden. Falsch. Die kommt von Sonic.exe. Damit verbindest du es bestimmt. Was für ein widerlicher Kerl. Ist Roberta wohl auf? Keine Lust ziehen. Du weißt, was zu tun ist. Wie gerne hätte ich eure reizende Gesellschaft noch länger genossen. Doch mein Amt gebietet mir, mit meinen Ministern Kriegsrat zu halten. Schwer wiegt die Bürde eines Königs. Entschuldigt mich. Damit verbinde ich das. Damit verbinden es die meisten, glaube ich. Folge mir! Sonic.exe ist aber auch echt starkes Geschichte. War Peak-Creeky-Basta-Zeit. Ja, wo ist er hin? Das muss ich wirklich... Das ist wahrscheinlich da rechts in den Turm oder so gelaufen. Link. Hab heute noch Angst vor Sonic.exe. Kann ich voll verstehen. Wo ist Link hin? Ah, hier. Entschuldige, dass ich hier schon wieder so ungemütlich werde. Ich... Du heißt Link, nicht wahr? Fatality sagte, du seist ein Dieb. Es heißt Schatzjäger. Weißt du, es ist so... Fatality kollaboriert nur scheinbar mit dem Imperium. In Wirklichkeit steht er auf der Seite des Widerstands. Er unterstützt die Rückkehrer. Und ich arbeite als Mittelsmann zwischen beiden Seiten. Der alte Mann, der dir in Nasche geholfen hat, ist ebenfalls einer von uns. Aber ich... Ich bin eine imperiale Kriegerin. Du warst! Manipuliert von Gestalt. Das ist jetzt vorbei. Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich versuche, darüber nachzudenken, schmerzt mein Kopf nur noch mehr. Du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Mach dir nicht so viel Gedanken. Du wirst deinen Weg schon finden. Tun, was ich will? Beneigte Leute, die Sonic X sind nicht kennen. Ich kann nachts nicht schlafen. Hat mich auch sehr, sehr viele Nächte auf. Auf. Wachgehalten. Was zur... Scheiße. Kefka hat Magie gemacht. Was ist passiert? Das Imperium Kefka! Kefka, bist du übergeschnappt? Mach es. Mach die Lache. Rück das Mädchen raus. Sie ist nicht hier. Ach wirklich? Dann seid ihr uns nicht mehr von Nutzen. Und Unrat mussten brennen. Rück das Mädchen raus. Okay. Er wiederholt sich. Flammen sollt ihr sterben. Wir schreiten zu Plan B. Bereitet alles vor. Jawohl, Majestät. Die Burg fliegt, oder? Hast du es endlich eingesehen? Kefka, du hast mich überzeugt. Oh ne, die reiten auf Chocobus weg. Zu gehen? Oh shit. Dem hat er es gezeigt. Seht her, seht her. Der edle König ergreift alleine die Flucht. Das nenne ich Untertanenliebe. Was für ein Spaß. Springt auf. Fertig machen zum Abtauchen. Jihau. Jihau also. Ja, schade um Figaro, ne? Oh, abtauchen. Figaro Tauchmodus aktiviert. Die fliegen nicht los. Die gehen noch weiter nach unten. Wollan. Seht, wie anmutig Burg Figaro in das goldene Sandmeer taucht. Boah. Boah, crazy. Weg. Kefka ausgetrickst. Figaro benutzt Schaufler. Ihnen nach. Töten sie. Boah, es gab ja wie cool die aussehen. Hinterheld. Metallritt. Ähm, ja. Versuchen wir mal zu stehlen. Vielleicht ist ja was zu klauen. Nichts gestohlen. Schade. Fire? Machen wir Single Target. Gadgets hier. Was hast du, Fatality? Du siehst aus, als hättest du Geister erblickt. Du, du, du hast das gerade auch gesehen, oder? Oder? Ach, das Feuer. Klar, die Kleine hat ein paar nette Tricks auf Lager, was? Nette Tricks? Weißt du, was das war? Magie. M-A-G-I-E. M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A. Inmkampf. Leute. Leute, wir sind, wir, Leute. Wir sind in Gefahr. Tuschel, tuschel, flüster, flüster. Roberta, so heißt ihr doch, schönes Kind. Was um alles in der Welt habt ihr gerade angestellt? Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Ist schon gut. Eigentlich müssen wir uns entschuldigen, uns so zu erschrecken. Wie recht du hast. Magie sei ich zum ersten Mal. Verzeiht meine Reaktion. Doch erlaubt mir die Frage. Wer seid ihr? Ist das nicht egal, Fatality? Roberta beherrscht Magie. Wir tun das nicht. Das ist alles. Und ihre Kräfte können wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Danke, Link. Ja, wäre cool, wenn sie Blitz hätte und nicht Feuer. Auch dir möchte ich danken, Fatality. Der ist Anime-Moment. Anime-Moment wohl, wenn die Bösewichte kurz innehalten und zugucken, wie die Protagonisten gerade über irgendein Thema quatschen. Geiler Laser. Kann ich schon einen Lied auf die Gruppe machen? Ja, kann ich auch. Für Figaro! Macht seine Schuhe dreckig. Macht seine Lackschuhe dreckig. Kommt schon. Nein, 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 nein. Glaubt nicht, das wird das Ende sein. Ich zahle euch das alles heim. Yippie! Genauso wie wenn, wie man Transformationen durchgeführt werden. Fast jeder Antagonist oder auch Protagonist wartet, bis sie durchgeführt wurde. Ja, aber weil das ja so mächtig ist. Man ist dann so gerade entkräftet. Wenn man dann so sieht, wie dann, keine Ahnung, der Bösewicht gerade schreit und dann bebt alles und eine Druckwelle entsteht und dann die Protagonist, die können dann sicher nicht wehren. Die sind gerade dann geschockt. Waren die böse? Ich habe solche Angst. Roberta, es gibt da jemanden, den ich euch gerne vorstellen würde. Fatality, lass die Hose an. Fatality, bitte. Lass die verdammte Hose an. Wir sind Mitglieder der Widerstandsgruppe, die Rückkehrer. Ich möchte, dass ihr unseren Anführer, Banon, trefft. Magie wird in Schlüsselrolle in unserem bevorstehenden Kampf stehen. Magie? Euch ist diese Kraft zu eigen. Außerdem reagiert ihr auf die Esper. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich sagte doch, dass ich keinen belassen Schimmer habe. Als ich mir meine Kräfte bewusst wurde, konnte ich sie bereits wie von selbst anwenden. Doch kein normaler Mensch ist von Geburt an dem Stand der Magie zu wirken. Verzeiht. Was soll ich nur tun? Junge, die Musik. Gestall wird nicht ruhen, bis ihr euch und euer Geheimnis in den Händen hält. Doch das darf nicht geschehen. Mit solcher Macht riss das Imperium die Welt in den Untergang. Und auch ihr wüsstet gewiss gerne, was hinter eurem Talent steckt, nicht wahr? Ist dem so, dann trefft Banon und findet die Wahrheit heraus. Bitte, du musst uns helfen. Gut, brechen wir nach Süden auf. Dort sollten wir auf eine Grotte stoßen, die nach Südfieger... Ja, Digga, war ich schon. Ich kenne mich schon aus, wie meine Westentasche. Jo, das Reiten ist ja hier richtig wild. Jo. Wie cool ist das denn? Alle fünf Sekunden, Junge, die Musik. Ist aber auch nice. London einfach. London, London, London. London. König Fatality, wohin führt euer Weg? Durch die Grotten sollen wir gen Osten nach Südfiegero reisen. So, dann geht es nordwärts zum Hauptquartier der Rückkehrer. Berichtet dies, wenn du zur Burg zurückkehrst. Zum Befehl, mögen die Götter euch schützen. Hat wirklich super Mario Kart SNES, Junge. Junge, die Musik. Frosche. Das war's. Lass mal original bleiben, damit wir gleich noch die Kampfmusik hören im Original und die Bossmusik Vita-Brunnen Da ist ganz viel lecker Shitquit-Kacka drin Boah Ah, Toxi gelernt Junge, die Musik Ist ein Banger Song ist ein Banger Adel? Junge, was ist das für Augen? Befrei deinen Gefährten von Toxin und Sturz Sturz auch? Fopper heißen die einfach Einfach Auge mit Haaren Irgendwie ekelhaft Ich stelle mir gerade in meinem Kopf vor, wie aus der Hornhaut so Haare rauswachsen Äh, Hornhaut Hier Auge, Chat Die Die wisst schon Nein, nicht aus den Augengliedern Das heißt doch Hornhaut Netzhaut Oh, schon geklaut Was wächst das Auge? Haare Das Auge kann singen Aber das wächst nicht Auf den Augen Sondern drumherum Ja, aber es ist ja einfach nur ein Auge Von allen Seiten Auge Das ist ja einfach das Auge Ding rausgerissen Und dann wachsende Haare Schön Auge rasieren Ehhhh 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 Brudda, brudda, brudda Ehhhh Warum wird das hier wieder so disgusting? Ja, weil das bin halt ich Ich bin halt ekelhaft Und ein bisschen crazy Ich gehe nochmal kurz zurück Weil ich glaube, das ist hier Der Ausgang Ich muss den Loop noch mitnehmen Ich bin halt anders Was heißt die anderen, ja? Ich bin halt Ich bin nicht so wie die anderen Ich bin halt anders, Chat Ich bleibe auch gerne mal zu Hause Und spiele abends Videospiele Und bestelle mir eine Pizza Ich bin nicht so gerne in Clubs Und gehe feiern oder so Ich bin halt da ein bisschen anders Ich spiele auch so Ich spiele auch richtige Spiele Nicht so Spiele, die 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 alle spielen Ich spiele nicht sowas wie COD oder FIFA Ich spiele voll gerne Pokémon und so Ich bin damit aufgewachsen Smash Bros ist mein Lieblingsspiel Warst du schon mal auf dem Smash-Turnier? Schaust du auch Anime? Ja, ich weiß Das ist cringe Und uncool Aber ja Ich kann euch auch ein Anime empfehlen Der ist richtig cool Habt ihr schon mal was davon gehört? Jujutsu Kaisen Der ist richtig, richtig gut Ja, wir sind draußen Doch kein Boss kam Okay Nie gehört? Ist richtig gut Schau dir mal an Jo, Belmoda Der sieht ja richtig crazy aus Guck dir mal Helfen-Liter an Alter Der stirbt nicht Okay Jo, ist das Shadow gewesen? Da ist Shadow Der wird blockiert Bleib stehen! Das ist sein Song, oder? Boah Einfach der Lone Wolf Sind wir dir etwa Keine Antwort wert? Moment Den hab ich irgendwo schon mal gesehen Das war doch Niemand gilt seine Treue Und niemand kennt das wahre Gesicht Hinter seinen kalten Augen Boah Holy shit Shadow Yo Okay Wer möchte Shadow sein? Er schreibt in den Chat Edge E-D-G-E Edge Ist sehr, sehr hart kantig, der Typ Er schreibt in den Chat Okay Drei, zwei, eins Boom Saddy, yo Das ist einfach Saddy Saddy der Schatten Können wir auch seinem Hund einen Namen geben? Saddy Ein kaltblütiger Assassine Für Geld würde das sogar seine Eltern meucheln Was bist du für ein scheiß Freak, Saddy? Yo Dann lassen wir uns besser gar nicht erst mit ihm ein Das ist original Na, Bänger Sein Hund? Zurück! Der Hund hat was gegen Fremde Oh, beim Hund redet der Chat Sonst hätte er seine Schnauze Aber sobald er seinen Hund anfasst Rastet er aus Einer der Schüler D-Duncans Ist euch wie aus dem Gesicht geschnitten Der Typ, der am Tresen Da sitzt Macht mir ne Gänsehaut Die imperiale Armee Scheint überall auf dem Vormarsch zu sein Wie lange sind wir wohl noch sicher? Duncan Unterrichtete auch seinen Sohn Vargas Doch schien dieser Keine besonders guten Fortschritte zu machen Oh, hier können wir schlafen Ich glaube viele der Songs auf F6 kenne ich nur Da du sie in deinen alten Videos drin hattest Ja, und in der Playlist halt Aber ja Ich hatte FF8 9 Und 6 Musik sehr viel in meinen Videos Gibt's hier was? Laufstiefel Okay, doppelt so schnell laufen Eine Brille mit silbernem Gestell Die ihren Träger vor Blind bewahrt Vor Gift bewahrt Ähm Vor Stein bewahrt Sein Träger schützt automatisch Gefährten im kritischen Zustand Okay Ja, warum war das nicht? Ah, das ist ein Schokobo-Stall Ich dachte oben auf der Karte, dachte ich mir, was ist das für eine Schildkröte? So ein Schokobo-Kopf sein Wo sind die Waffen? Ich muss mich rüsten Für den Krieg Gegen das Imperium Wir brauchen so einen Tiefalter Habe ich sein Geräusch gut nachgemacht? Steht wirklich ein Krieg bevor? Dann sollte ich vielleicht besser in meine Heimat zurückkehren War eins, ja? Heißt du überhaupt Tiefalter? Ich glaube ja Im Osten der Stadt Kritzel-Kritzel Schwach-Kritzel Und daher wäre es klug von da an zu Hey, was hört euch ein? Ihr könnt doch nicht einfach so rein spazieren Ich schreibe einen wichtigen Brief, Digger Ich habe ein Geschäftliches zu erledigen Bitte lasst mich in Ruhe Der hat eine andere Chat Er geht seiner Frau fremd Das ist ein Liebesbrief Oh lol, Geheimgang Ich dachte gerade ab Tappen mit Star Wars Film auf Boah, das ist ein Kompliment Hast du eigentlich auch so eine Liebe für Dragon Quest? Nö Keine Liebe für Dragon Quest Nieder mit Dragon Quest Alles nur geklaut Und andere JRPGs Dark Souls Das ist mein Lieblings-JRPG Leer Ein betagte Uhr, deren Zeiger stillstehen Okay Gang ist so different Ne, es gibt so vereinzelte Klar JRPGs, die ich auch sehr gerne mag Aber Nichts, was so eine große Reihe Und vergleichbar ist mit Final Fantasy Ich glaube, es ist bei mir Hyperreif Hyperreif Ein Armreif, der das Handgelenk verstärkt Erhöhnt die Stärke seines Trägers Junge, sein Bild Wie er zur Seite guckt Ich mag Kingdom Hearts Aber das kommt Nicht mal annähernd Dann die Liebe, die ich für Final Fantasy empfinde Verzauberte Schuhe, die ihre Träger automatisch mit Hass beschleunigen Ich mag Drankfest, aber ich mag es einfach nicht Wie, du magst es, aber du magst es einfach nicht Ne, mit Drankfest konnte ich nie warm werden Keine Ahnung Aber ich habe auch immer wieder nur denselben Teil versucht Anstatt irgendwie einen anderen Mal zu probieren Habe ich immer denselben probiert Mein Papa ist ganz wichtig Und darum kommen hier auch ganz wichtige Leute hin Wie Leo zum Äh, was? Kaum, Tok, Kawum, Tok Yippie, Magitek Max, Kanon, Feuere, Alter Ist Pokémon JRPG? Ja, ja Irgendwie so ein So was ähnliches So eine Nicht unbedingt ein klassisches JRPG, aber ja So eine kleine Abwandlung, ne Ja, Pokémon ist Indie Alter, noch ein Secret gefunden, Chat Ich finde hier ein Secret nach dem anderen Elixier Ich weiß, ob ich damit nicht interagieren kann Steht das Ding in der Mitte so riesig Und ich kann damit nicht interagieren Ist FF auch das Spiel, wo du die meiste Euphorie beim Zocken hast? Euphorie? I don't know, I guess Aber ich finde, ich empfinde bei vielen Spielen Euphorie Ich komme richtig in Ekstase, wenn ich ja für Final Fantasy spiele Der Onkel, der in dem großen Haus im Norden der Stadt wohnt, hat ganz viel Geld Stark Dann geh mir doch mal heute Nacht Sinn, wenn er schläft Hehe Mein Opa war früher mal Bote für den reichen Onkel, der im Norden der Stadt wohnt Mit Fremden pflege ich nicht viel zu plaudern Doch bräuchtest du mir ein leckeres Tröpfchen? Wer weiß Es gibt noch ein, zwei Tales-Spiele, die gut sind, finde ich Ja, da gibt es auch ein paar, die ich gespielt habe Die waren auch ganz nett, ja Aber so die ganze Serie Ich könnte jetzt auch nicht sagen Tales of ist genau meine Lieblingsserie Davon habe ich zu wenig gespielt Das waren so bei mir vereinzelte kleine Erfahrungen Äh, Augentropfen Hauen wir uns ein paar neue So Da ist dafür noch ein Schildladen, Rüstungsladen und Waffenladen Okay, hier sind sie Okay, dann lassen wir uns mal shoppen Erstmal Damage Dolch Mitrilmesser Mitril-Schwert Riesenschwert Ein schweres Schritterschwert mit großer Reichweite Gibt es da irgendeinen Nachteil? Ergess nicht, ne? Steht nichts dabei Das holen wir uns noch Das Ich kann zwei Stück davon holen So Der Unterschied jetzt zum Mitril-Messer Ja Ich dachte vielleicht, dass es irgendwie Dann wird er langsamer sein oder so Weniger Agilität oder so Aber ne Ich kann das Ding ganz normal benutzen Oh, Moment Man hat hier jetzt zwei Accessoire-Slots Merke ich gerade Nicht mehr einen Oh, nice Davon können wir uns drei Stück holen Davon können wir uns drei Stück holen Die Fehlt da irgendwie Fehlt da irgendwie Eine Wollrobe Ich glaube, da fehlt ein W Ich bin einfach eine Wollrobe Hast du eigentlich Legend of Heroes vergessen? Ne, aber das kannst du bei mir auch nicht mit Final Fantasy vergleichen Mag ich auch sehr, sehr gerne Aber ja Ist auch nicht vergleichbar mit Final Fantasy Vielleicht auch Tollrobe Ne Ich bleib bei Wollrobe Telepostein Brauche Legend of Heroes doch nicht spielen Doch, doch, solltest du Wenn du ein gutes JRPG haben willst Und ein JRPG-Fan bist Also ich sage sowieso Jeder, der JRPGs liebt Der sollte eigentlich Legend of Heroes gespielt haben Jeder, der sagt Ich liebe JRPGs Und hat kein Legend of Heroes gespielt Ist ein Fake-Fan Ist halt so Gelbkirscher So, ich glaube, wir können hier abhauen Moment, ich gehe mal zum Hafen Hab angefangen jetzt Wo der erste im Sail war Äh, welcher? In the Sky meinst du? Oder welcher? Ich spiele nur JRPGs Damit ich meine Feinde kenne Dieses Schiff liegt nicht ab Okay Ja, dann lass weiterziehen Bisschen geshoppt Bisschen stärker geworden Abfahrt Ich habe ja lange behauptet Ich sei FF-Fan Dabei habe ich nur 10 und 12 gespielt Ich fühle Ich habe auch eine lange Zeit immer gesagt Ich bin ein großer FF-Fan Und kannte nur so irgendwie So drei Teile Und dann habe ich mich auch irgendwann hingesetzt Und dann komplett Marathon gemacht Damit ich dann wirklich sagen kann Ich bin ein großer FF-Fan Na nun, dieser Geruch Das ist sein Lieblingstee Das Tee-Service Welches er so liebte Okay Von wem reden wir hier? Meint das sein Bruder? Ob Nordic hier war? Ja, tatsächlich Ist das Duncan? Guter Mann Wisst ihr, wo ich den finde? Der hier wohnt Gewiss doch, gewiss Vor einigen Tagen Brach er auf in die Berge Kurz nach Meister Dancans Tod Oh Der arme Meister war ja Moritz Auch Dancans Sohn Vargas Gilt halt vermisst Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache Okay, chill Mord in meinem Final Fantasy Er wurde nur besiegt Der sagt das nur so heftig Aber der wurde nur besiegt Duncan ist nur besiegt worden Präventivie Ähm Kakophon Schrille Töne Macht konfus Bio macht Sturz Okay, hier Stürz ihn Gestürz ist er Kohl's Berge Junge, die Musik Womatsu hat sich in dem Teil echt geguckt Womatsu hat sich in dem Teil echt geguckt Womatsu hat sich in dem Teil echt geguckt Ich meine, wenn man ja in Final Fantasy hier besiegt wird Auf 0 HP droppt, dann steht er ja auch nicht Irgendwie Du bist gestorben Dann steht ja auch Du wurdest besiegt Deshalb ja Man steht in Final Fantasy nicht Deshalb ja auch Wenn die Wenn einer auf 0 HP droppt Dann ist er ja auch nicht tot Ist ja auch nur besiegt Das heißt Duncan liegt Irgendwo rum Und wartet Dass jemand vorbeikommt Und ihm Phönix Feder gibt Außer Gefecht gesetzt Entwaffnet Äh Können wir mal kurz hier sortieren Oder wie bei Elden Ring Herz gestohlen Junge, ich wusste das gar nicht Dass das geht Äh Bei dem letzten Boss Er ist erst irgendwie Vor Irgendwie vor ein paar Tagen Einen Clip dazu gesehen Dass der Endboss einfach Dein fucking Herz stehlen kann Stilett Dolch Ist das geil Nice Zum Glück habe ich ihm eine neue Waffe gekauft Warum muss man in früheren FFs in die Kirche Um wieder wach zu werden Ja weil dort halt Die ganzen Heiler sind Das ist doch Normal Also früher war doch oft so Kirchen immer verbunden mit Mit Heilung Oder willst du mir sagen Die haben dort Nekromantien in der Kirche betrieben Und haben die von den Toten Wiederauferweckt Das ergibt ja gar keinen Sinn Ja das sieht sick aus Der Schatten Würde der Kirche zutrauen Meinst du der Äh Der Papst im Vatikan Ist eigentlich ein Nekromant Ein Schattenpriester So gesehen ist ein Nekromant Ein Heiler Naja wenn ich Wenn ich eine Verletzung am Arm habe Und ich gehe zu einem Heiler Damit der meine Verletzung heilt Dann belegt er mich ja nicht von den Toten Dann gibt Verbindet er meinen Arm Hey Miss Wonderland Yo wer sind die denn Die bestehlen wir erstmal Die ist gestohlen Schade Die Jungen sind ja komplett ready Aber ein Nekromant heilt dein Leben Ja und ein Heiler heilt deine Verletzungen Wer könnte das wohl nur sein Mann Bin echt gespannt wer das sein könnte Chat Habt ihr schon eine Theorie wie das sein könnte Dieser Schatten Shadow Shit Vielleicht ist das shit Die Brücke sieht nicht mehr gut aus Flankenangriff Okay let's go Ich hab einen Flankenangriff einfach gemacht Das ist neu Wie er Marmut einfach nicht wusste was mit ihm geschieht Er wusste nicht wo er hingucken soll Von überall kommen sie Ähm Ne ne ich hab den Flankenangriff gemacht Die Gegner waren in der Mitte Ähm Ja Gehen wir jetzt mal so ein Zelt Ne Und dann kommt jetzt ein Bosskampf I guess Oder auch nicht Okay Scheint einfach nur die zweite Part des Dungeons zu sein Denk ich Boah Ich freu mich Dienstag meinen fucking ähm Terra Me Leon Was soll das darstellen Ich kann es nicht mehr erkennen Ich kann es nicht mehr erkennen Zu sehen Dass es irgendwie ein Monster ist Mit Dranken Oder so Äh Gegengift Äh Aufs Bonken Ja Ich freu mich Dienstag aufs Bonken Das wird nice Wer ist denn der Ich dachte das ist Nordic Das ist gar nicht Nordic Chat Der ist bestimmt Vargas Das ist der gute Leon hier Ich dachte die haben eine Feuerschwäche Äh So Who are you Das ist Vargas Ja wirklich So hieß auch der Bösewicht in In Far Cry 3 oder Schickt dieser Feiglinge Nordic jetzt etwa schon seine Hand langer Oh Vargas hat seinen Vater umgebracht Duncan Wer bist du Nordic ist Ist er hier Ist das etwa der Typ der hier die ganze Zeit rumgeschlichen ist Geht dich gar nichts an Mann Wer immer ihr auch seid Ihr werdet mich nicht aufhalten Dass ihr mich trefft Traft Ist ein Zeichen der Götter Euer Leben sind verwirrt Sterbt Die dreckigen Gatten Äh Ratten Gatten einfach Wer ist der geile Boy Du 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 Ah, dass das so viel Damage macht. Sturz. Vielleicht funktioniert Sturz bei ihm. Stehlen. Gehst du was zum Clown? Boah. Damage. Nein, was mache ich? Ich habe mich verklickt, Lolsky. Bioblaster. Bördert richtig rein, Mann. Genug der Mätzchen. Ich werde euch alle ins Jenseits befördern. Das reicht, Vargas. Na, wenn das mal nicht Nordic ist. Warum nur Vargas? Warum nur Vargas? Warum tötest du Meister Duncan? Du, sein ältester Schüler. Sein Sohn. Das fragst ausgerechnet du? Dich wählt er als Nachfolger. Ein Feindfindelkind vor seinem eigenen Sohn. Dieser Narr. So ein Unsinn. Du solltest als Unsinn? Es steht jedoch ins Gesicht geschrieben. Du irrst Vargas. Nicht mich. Dich hielt der Meister für würdig. In deinem Talent sah er. Erspare mir dein hohles Geschwätz. Jetzt bin ich der Meister. Erfahre meine Stärke. Auge des Zyklons. Nicht übel, Nordic. Nicht übel, Nordic. Mein Vater hatte sich nicht zu viel von dir versprochen. Du willst einen Zweikampf? Es ist uns bestimmt. Und du wirst zwangsläufig untergehen. Unheilsfaust. Ha, schon bald. Kannst du deinen geliebten Meister wieder in die Arme schließen? Kannst du deinen geliebten Meister wieder in die Arme schließen? Oh, in den Jenseits sein. Ist das die Story von Kung Fu Panda? Äh, es ist die Story von literally jedem Martial-Arts-Film. Faustwirbel versetzt Gegnern in Spuren ausfragen. Ja, machen wir das. Test nochmal aus. Warum zögerst du, Nordic? Es gibt kein Zurück mehr. Technik ungenau ausgeführt. Ach so. Ist das alles? Aura-Kanone. Ich muss ja Kombus drücken. Was? Jo. Aura-Kanone. Nein, wieso geht das denn nicht? Das ist ein Hadouken. Der Hadouken-Move. Die Gruppe wurde besiegt. Schade. Kurz AFK. Was ist aktuell die Hauptaufgabe? Den Boss zu besiegen, der mich besiegt hat. Ne, kein First-Track. Ich schwächle. Äh, ja, ja. Die Gruppe sind... Wir sind ja zu viert. Die anderen drei wurden runtergeschubst. Und der wurde jetzt niedergeknüppelt. Deshalb Gruppe. G-R-U-P-P-E. Gruppe. Eine Zusammenkunft von Personen. G-R-U-P-E. Müsst du vielleicht Schwierigkeit runterstellen? Müsst du vielleicht mal da den Schnauze halten? B-B-B-B-B-Ba-Dab-Ba-Dob-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab-Ba-Dab! Es gibt keine Gruppierung in dem Ba Sing Se. Ey, der darf noch gar nicht angreifen. Der darf doch erst angreifen, wenn die Bären wechseln. Ich frage mich, ob Froscher auch bei dem Kampf hier gestorben ist. Nein, bist du nicht? Krass, bist ein echte Gamer. So, jetzt kriege ich die Aura-Kanone hin, ich mache einfach den Hadouken. Ich versuche nicht jeden einzeln einzutippen, sondern ich mache einfach wirklich für Hadouken. Halbkreis, Viertelkreis. Das klingt gerade wie so Ivalis Musik. Was zögerst du Nordic? Hat es nicht geklappt? Hä, was für unangenaue Lüge. Das war doch jetzt gut. Ja! Bam, Junge. Was? 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 Ich heil mich, Mann. Okay, wir gehen Faustwirbel. Moor! Genug gespielt. Ich werde der Sache ein Ende bereiten. Ich muss eine Blitz-Tech ausführen, wie der Meister mich lehrte. Wähle Faustwirbel im Menü Blitz-Tech und drücke dann auf den Richtungslasten. Ja, hast du... Ja. 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 Ich habe es schon mehrmals gemacht. Okay. Boah, 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 boah! Echt? Wann lernst du diese... Wann lerntest du diese Technik? Wäre bloß dein Stolz nicht gewesen. Der Meister hätte sicher... Ivalis Menschen. Die Faustschläger sehen aber schon cool aus. Aber alle seine Angriffe seien cool aus. Nordic. Ich habe FF6 damals auf dem Handymulator gespielt. Die Inputs mit Touch waren weird. Oh no. Bruder. Bruder, ihr seid Zwillinge. Der ist dein Bruder, Fatality? Und ich dachte, das wäre einer von Vargas Bären. Bär? Ah, ah, ah! Ich, ein Bär? Na, das fasse ich dann mal als Kompliment auf. Viel wichtiger als das, Fatality. Was hat dich bloß hierher verschlagen? Wir sind auf dem Weg ins Säbelgebirge. Etwa zum Hauptquartier der Rückkehrer? Der Nordic Bär. Dann erhebst du dich also endlich? Viel zu lange hat Figaro Gestahl aus der Hand gefressen. Ich hatte schon befürchtet, du würdest nie den Mut aufbringen zuzubeißen. Die Chance zum Gegenschlag ist gekommen. Wir werden dem Imperium nicht länger zu Füßen kriechen. Dann zahlt sich mein jahrelanges Training also endlich aus. Du schließt dich uns an, Nordic? Meiste Duncan wird es mit Wohlwollen sehen, wenn ich für Frieden kämpfe. Na dann, worauf warten wir? Nice. So, jetzt haben wir endlich ein Viererteam. Vorerst. Chat. Ich würde sagen, ich leite jetzt für einen kurzen Moment die Pissung ein. Und wir gehen alle... To the Toilet. Und passen auf dabei, dass wir nicht unser Handy in die Toilette werfen. Okay? Ganz vorsichtig. Yeah, im Stream gehen wir jetzt alle zur Pissung. Laufstiefel. Nee, brauchen wir nicht. Ich habe diese Fertig-Burger früher halt öfters mal gekauft. Aber war immer so... War halt danach immer so ein bisschen enttäuscht. Weil keine Ahnung, was ich auch immer davon erwartet hatte. Immer so, boah, ja, eigentlich so einen Fertig-Burger mal mitnehmen. Dann was drauflegen und das ist eigentlich ganz geil. Und dann war es immer so, ja... Das ist gar nicht mal so geil, ne? Und dann irgendwie so ein paar Monate später wieder einen geholt. Weil Schmacht gehabt. Ja, irgendwie doch nicht so geil. Würde es sich bestimmt lohnen, weil du von dem Zeug, was du kaufst, kannst du mehrere Dinger machen. Ja, aber diese Patties werden auch nur in Doppelpack verkauft. Also wenn du die Patties einzeln kaufst, sind auch nur zwei Patties drin. Dann brauchst du trotzdem mehrere Packungen. Wer da war nun? Wir bringen das Mädchen! Aha! Du bist also das Mädchen, das Resonanzen bei der Esper auslöst. Esper? Es hat den Anschein, das arme Kind wurde vom Imperium kontrolliert. Durch die Brieftauben bin ich grob im Bilde. Ich hörte, du sollst 50 imperiale Soldaten in nur drei Minuten allesamt getötet haben. Getötet in meinem Final Fantasy? Nein! Das ist nicht wahr. Ja, stimmt. Das ist nicht wahr. Lüge. Roberta! Banon, bei all dem Respekt, ihr geht zu weit. Sie muss sich der Wahrheit stellen. Man erzählt sich eine Geschichte. In einer Zeit, da die Herzen der Menschen noch frei von Niedertracht waren, gab es ein einziges Gefäß, das nicht geöffnet werden durfte. Die Neugier eines Mannes jedoch war zu mächtig. Als der das große Gefäß eröffnete, entwich das Böse in die Welt. Missgunst, Eifersucht, Habgier, Krieg und Unterdrückung. Nur ein einziger Lichtschimmer blieb in dem Gefäß zurück. Das Licht der Hoffnung. Was immer auch geschehen ist und wird, denke nie, deine Gabe sei verflucht. Du bist das letzte Licht, das der Welt geblieben ist. Das ist das Licht der Hoffnung. Banon! Ich bin der Chef, lass mich etwas ruhen. Er stirbt jetzt. Hey, Karus, was geht ab? Er stirbt jetzt einfach. Wenn das Final Fantasy 2 wäre, würde er jetzt sterben. Ich meine natürlich besiegt werden. Äh, einschlafen. Viele Menschen, die mir lieb und teuer waren, fielen durch das Imperium. Gestalt und seine Schergen haben mir gezeigt, was es heißt, zu hassen. Vielen droht ein ähnliches Schicksal, wenn nichts unternommen wird. Um das zu verhindern, habe ich mit den Rückkehrern angeschlossen. Mich angeschlossen. Aber ich, ich habe doch niemanden, der mir etwas bedeutet. Keine Freunde, keine Familie. So ein Unsinn! Und bestimmt gibt es auch ein paar Menschen, die dich ins Herz geschlossen haben. Auch für sie lohnt es sich zu kämpfen. Er würde einfach explodieren, ja. Ist das die Toilette hier? Das ist die Schatzkammer. Ich mache jetzt die Arbeit von Link. Und klaue hier alles. Feist Mut und kämpft an unserer Seite! Rittertugend. Okay. Die im Gift? Eta. Eta ist immer geil. Immer wichtig. U, A, I, A, U. I, A, 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 O, O. I, A, U, A, A, I, A, U, A, I. Pff, weiße Oman. Es gibt hier solche Wände wieder. Aber es taucht das schon direkt davor auf. Okay. Vielleicht muss man jetzt gar nicht mehr so nah an die Wand rangehen, sondern auch nur in der Nähe sein. Dann ploppt das schon auf. Was habe ich da für geiles Zeug gefunden? Alter. Hier, irgendein weißer Umhang. Abwehr. Ja, ja, ja. Ein Umhang aus schneeweißen Tuchen, der seinen Träger vor Kobold schon stumm. Okay, machen wir, ne? Der Ehrenkodex der Ritterschaft. Sein Träger schützt automatisch Gefährten im kritischen Zustand. Nee. Das geben wir gleich lieber, das Dingens. Fatality. Moin. Ich habe mal wieder keinen Plan, aber mein Bruder hat sich noch nie geirrt. Er war immer für mich da. Du kannst ihm Bild trauen, wirklich. Blind, nicht Bild. Bleibt aber ein Geheimnis von Fatality, ja? Sonst steigt ihm das zu Kopf. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich die Brüder sehr gerne mochte. Die waren cool. Die zwei. Ich weiß, dass wir viel von euch fordern. Doch zwängen wir euch, unsere Ansichten zu teilen, wären wir nicht besser als das Imperium. Daher wünsche ich, dass ihr euch aus freiem Willen entscheidet. Okay, ich bin dabei, Jungs. Ich bin dabei. Ich mach mit. Was steht an? Wo soll ich was anzünden mit meiner Magie? Unseren Anführer sucht ihr? Er ging nach draußen. Es ist noch nicht lange her. Ach, da ist er. Ich will jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr kämpfen mit Nordic. Ich will seine Moves verinnerlichen. Pif, 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 pif. Die coolen, coolen Tasten-Kombinationen. Wie bei Final Fantasy 8. Bist du zu deinem Entschluss gekommen? Dürfen wir unsere Hoffnung in dich legen? Joa. Wunderbar. Aber, ich habe solche Angst. Das ist kein Wunder, mein Kind. Jeden plagt Unsicherheit. So will ich dir dieses erreichen, Roberta. Hey Alexa. Das ist ein Talisman. Er wird dich schützen. Nun, nimm ihn schon. Gauntlet. Mir kommt eine gute Idee. Rufe doch bitte die anderen zusammen. Sabine ist so geil im Endgame. So OP im Endgame auch. Ja, das habt ihr bei Final Fantasy 5 auch gesagt, dass Blue Mage so OP ist. Der war voll scheiße. Ich glaube euch gar nichts mehr. Jeder weiß, dass das Imperium seine Siege mit Hilfe von Magie erringt. Doch wie um alles in der Welt hat Gestahl die magischen Kräfte wiedererweckt. Das ist der springende Punkt. Um dies zu sondieren, hatte ich Link entsandt. Er brachte interessante Kunde. Gestahl hat Gelehrte aus aller Welt versammelt, die Esper-Studien betreiben. Der Eberfall aus Nahe fand statt, um an neue Erkenntnisse zu gelangen. Das heißt, dass zwischen Esper und Magie ein Zusammenhang steht? Esper und Magie. Bei diesen zwei Worten fällt mir nur eines ein. Doch nicht etwa... Oh doch, lieber Fatality. Der Magie-Krieg. Nicht wirklich. Das meint er nicht ernst. Oh shit. Meine Großmutter erzählte mir immer davon vom Schlafen, Einschlafen. Sind die Geschichten wirklich wahr? Sollte sich etwa die Tragödie des Magie-Kriegs vom Neuen abspielen? Wer weiß das schon. Über 1000 Jahre liegt nun alles zurück und zahllos wie die Jahre sind die Thesen der Gelehrten. Eine besagt, dass man den S-Bahn damals Energie entzog und sie auf Menschen transferierte. Das also steckt hinter Magie. Um Gestalt Paroli bieten zu können, Junge, was für Paroli werden auch wir Magie benötigen? Törichtes Geschwätz. Die Fehler der Vergangenen dürfen nicht wiederholt werden. Was schlagt ihr dann also vor? Ich fragte mich, ob es möglich wäre, eine Esper um Rat zu bitten. Na? Eine Esper? Es ist riskant. Doch wenn wir Roberta und die Esper noch einmal vereinen, könnte das Wesen erwachen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ich fürchte nicht. Was geschehen wird, kann ich nicht sagen. Doch wir haben keine andere Hoffnung. Roberta, wir brauchen deine Hilfe. Roberta! Lass es uns versuchen. Ich verstehe zwar nur Chocobo, aber klingt irgendwie spannend. Bin dabei. Starker Spruch. Ich verstehe nur Chocobo. Das Lied erinnert mich an das Lied aus Twilight Princess bei Annette, der Kämpferprinzessin. Das gerade hier? Halt wirklich vom Schlafen gehen, vom Krieg erzählen. Und dann kam der Krieg und ganz, ganz viele Menschen starben. Krieg ist ganz böse. Krieg wird immer ganz viele Menschen umbringen. Der Junge wird dann niemals einschlafen. Was war das eben für ein Geräusch? Oh, die Bösen kommen. Sabanon! Die haben uns gefunden. Südfigaro wurde... Hä? Was hast du? Was ist passiert? Die imperialen Truppen marschieren vor Südfigaro direkt auf den Stützpunkt zu. Wir sind entdeckt. Bereitet sofort die Evakuierung vor. Link! Schon klar. Ich soll nach Südfigaro und den Formas bremsen. Wir setzen ganz auf deine Fingerfertigkeit. Viel Glück! Roberta, mach keinen Unsinn, bis ich wieder da bin. Insbesondere solltest du auf gewisse lüsterne König Acht geben, die hier nicht näher genannt werden sollen. Link! Fertility, die perverse Sau, Alter. Haha, Fertility, kannst du das also immer noch nicht lassen. Und was tun wir? Wir werden über den Letterstrom nach Narsche fliehen, auch der Esper wegen. Sehr wohl. Ich werde uns am hinteren Tor ein Floß bereitstellen lassen. Es ist eine gefährliche Route, aber andere Wege bleiben uns nicht. Roberta, es ist zu gefährlich hier. Fliegt mit uns nach Narsche. Dort werde ich sicher auch Gelegenheit haben, mehr über eure Kräfte herauszufinden. Zum Zaudern ist jetzt keine Zeit. Auf nach Narsche! Okay. Ja, und so schnell haben wir wieder Link verloren. Aber ich sag's, wie es ist. Der hat eh keinen Damage gemacht. Schiff, Ahoi! Dieses Floh treten uns nach Narsche! Oh, auf. Abfahrt. Banon muss mit allen Mitteln beschützt werden. Sollte er zu Boden gehen, findet das Abenteuer ein vorschnelles Ende. Oh, wieder ein Minigame, Leute. Junge, wer ist der denn? Gemeiner Lobrost. Sieht einfach aus wie ein Drache. Nein! Oh, Banon kann beten. Okay, ich habe es geschafft. Er ist tot. Er wird jetzt gelöscht! Ins Wasser habe ich ihn geslammed, dein verfehlt. Schade. Er wird sterben Okay, dann machen wir eine Aura-Kanone Okay, ist tot Das mit dem Floß erinnert mich an Super Mario RPG Da gibt es auch ein Floß-Minispiel Mich erinnert es an Mario Party Welchen Link Welchen Weg Ich glaube, hier gab es auch einen bestimmten Weg Wo man irgendwelche Items verpassen könnte Die man dann nie wieder bekommt oder so Weiß jemand, was man hier so verpassen konnte? Zufällig Ich glaube, hier gab es irgendwie was Verpassbares Ich weiß aber nicht, ob das wichtig war Ich merke, wie groß das Floß ist Ja, vor allem Die haben einfach so ein paar Bretter aneinander gereiht Und damit raften wir jetzt Jetzt, Junge Nein, muss ich nachschauen Also es muss nicht unbedingt jetzt genau das Item sein oder so Aber einfach nur Ob es wichtig ist Ob es geil ist oder nicht Keine Ahnung Ob das jetzt irgendwie so ein Elixier ist Okay, ist jetzt nicht so wichtig Aber wenn es jetzt wie, keine Ahnung Eine Espa ist, die ich jetzt dadurch verpasse oder so Aber es wird keine Espa sein Es wird wahrscheinlich nichts Wichtiges sein Aber ich meine, damals Habe ich mich geärgert Dass ich irgendwas verpasst habe Also muss es wahrscheinlich schon wichtig gewesen sein Bestimmt kriegt man hier Bahamut Und wenn man ihn nicht holt Dann kriegt man im ganzen Spiel keinen Bahamut mehr Bahamuchi Oder wir entscheiden Ihr entscheidet, Chat Wenn wir Glück haben, finden wir was Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Genau Vielleicht verpasst man eine Quicktime-Event-Sex-Szene Das wäre fatal, genau Musst du schwarze Bahamut dafür besiegen Okay Gib mir, gib mir was, Chat Wo soll ich hin? Geradeaus, links, rechts Wo soll ich hin? Geradeaus Du hast mich in den Kampf In den Kampf gedrängt Du miesesau Junge Bahnhof hat eine sicke Sonnenbrille Ich krieg die Aura-Kanone nicht hin Und nächste Entscheidung Die schon wieder Äh, okay, jetzt Aura-Kanone Ich hab's Boom Wie viel Damage macht das? Oh, fucking Kamehameha einfach Eines der besten Items Hast du schon leider verpasst, Keggy Wie? Wo? Was? Hab ich verpasst? Eines der besten Items Kommt er direkt an Also ich bin In den ersten 5 Minuten des Spiels Eines der besten Items Hast du verpasst Zweimal angreifen Scheiße Wollte mal schreit sagen Dass in deinem Walkthrough steht Dass man in der Höhe von Rückkehrern Ein paar Genji-Handschuhe ergattern kann Wollte ja sagen, dass es stimmt Muss man bei Banon ablehnen Und dann nachher in die Höhle Gegenüber dem Eingang gehen Und dann Soldaten ansprechen Und dann gibt er immer Handschuhe Oh, meinst du dasselbe, Mirius? Die Genji-Handschuhe Als ob man so früh schon Genji-Rüstung bekommen kann Yes, wow Wie random Vor allem man hätte Nein drücken müssen Ich hab ja nicht mal Ich hab ja quasi nicht mal Das übersehen Oder so Oder stehen gelassen Sondern Man hätte bei Bei der Entscheidung Erstmal Nein sagen müssen Und dann nochmal reingehen Aber wenn ich jetzt Neulade Wenn ich jetzt ausmache Und neu lade Dann bin ich ja wieder Ne Geht nicht Oh, fuck Dann bin ich vor dem Floß Und nicht vor der Entscheidung Ich find's auch geil Wie Nordic Ins Wasser springt Und dort dann Seine Faustwirbel macht Mahlen sollte ich hier Auf dem Fluss andauernd beten Denn wenn er drauf geht Ist die Reise vorbei Außerdem kostet es nichts Also nur zu Hier könnt ihr Nicht aktiv steuern Und nicht ins Menü Sondern nur an zwei Stellen Euch für eine Richtung entscheiden Bei der ersten Kreuzung Bringen euch Alle drei Wege Zu einem Speicherpunkt Also spielt es keine Rolle Welchen ihr wählt Bei der zweiten Führt euch Hoch Im Kreis Also nehmt links Okay, gut Aber es Es gibt hier keine Wichtigen Items Die ich verpassen kann By the way Ich hatte ein Aero Messer gefunden Buckler Ist der Stärker oder schwächer Mit einem Buckler Ich hatte vielleicht Wenn er Wenn er unterwegs ist Ohne Schild Dann macht er mehr Damage Oder so Weil er dann beide Krallen Benutzt oder so Ähm Ja, kriegst hier ein Gauntlet Und Rittertugend I guess Ne, Rittertugend Wollte ich ihm eigentlich geben Naja, egal Obwohl Ne, ah, egal Passt schon Bahn oder ja Man hat ein sickes Profilbild Löwe einfach Löwe Man muss für gute Sachen Auch mal Unvoraussichtliche Sachen Tun I guess Ja, aber keine Ahnung Bei Du Also 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 was soll ich denn noch machen Also Was ist Also Wie soll ich überhaupt auf diese Idee kommen Du durchsuchst ein Gebiet Dort ist nichts Also du Durchsuchst Gebiet Lootest dort alles Dann gehst du raus Willst die Story weitermachen Und dann musst du Obwohl du die Story weitermachen willst Wieder zurückgehen Und nochmal alles durchsuchen Und dann findest du plötzlich ein neues Item Sehr ruhig Und Kloppio Es geht ab Dankeschön für 17 Monate Ähm Zelten Müssen wir überhaupt Zelten Eigentlich müssen wir nicht Zelten Ich brauch noch ein paar Augentropfen Ja Ich muss Vicky auswendig lernen Ratet mal Wer vor einer halben Stunde Aufgewacht ist Wie viele Stunden am Stück Hast du geschlafen 16 Stunden Alter Ich meine Sonntag kann man sich mal gönnen Sein Beeten ist auch so stark Crazy Wie das heilt So dass es kein Mana kostet Links Was ist euer Schlafrekordchat Was war das längste Wo ihr mal geschlafen habt Bei mir vielleicht auch so Rekord vielleicht 16, 17 Stunden Also jetzt nicht im kranken Zustand Das kranke sein ist cheaten Sondern euch geht's gut Nicht ihr seid irgendwie erkältet Oder so Und dann schlaft ihr 12 Stunden wegen Depression damals Die sind vorbei Wait a wait Das freut mich Zwei Tage mit Pipi machen Und Kleinigkeit essen Ja aber dann hast du ja bisher aufgestanden Dann warst du ja wach Das zählen ist cheaten 14, 15 Stunden 10, 16, 16 Ist er Aber also noch so So eine lange Schlaf-Session Boah da ist man wirklich Komplett tot Das ist so ekelhaft das Gefühl Ich hasse es Bei mir 14 Stunden Das ist schon echt viel Was denn was denn Da ist der Ultras Das ist auch ein sehr bekannter Gegner Chat Ein Fan-Favorite Warum Warum Weil ich das so will Aber nicht zur Mami rennen Was Soll ich zur Mami rennen Das ist so ein Tentakelvieh Au Scheiß Paella stand nicht auf der Speisekarte Ist das irgendein Meine liebe Scholle Was für eine Frau Genau mein Ding Ach du Scheiße Lass mich dich Ach du Scheiße Er hat sie weg Er hat sie weggewurstet Mit seinen Tentakeln Buhu Konnte noch nie ausstehen Was konnte er nicht ausstehen Junge Der One hittet sie einfach alle weg Ist leider keine Männer Nicht ausstehen Au Scheiß Massen Tentakel Ja okay Was ist dieser Damage Ja da gibt es nicht nur eine Hildi Brand Quest Gibt es auch in FF14 Als Raid Von deiner hässlichen Visage Kriege ich noch Albträume Auch als Raid Kampf Gibt es ihn Nice 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 Oh Scheiß Ist Paella Irgendein Oktopus Gericht Oder so Platsch Blubber Blubber Ist er weg Ist er erledigt Ich denke nicht Deschkes Octo Sieht so anders aus Ja das ist ja auch ein anderer Spanisches Nationalgericht Dem verpasse ich an den Blitz Tag Das ihm die Saugnäpfe Gelühen Gemacht Nordic Halte mich nicht zurück Bruder Hey Doordinator Dieser Hitzkopf Nordic Schaut nicht so betrübt Es besteht kein Grund zur Sorge Meint ihr wirklich Banon? Aber natürlich Ihr müsstet es doch am besten wissen Fatality Sicher springt euer Bruder bald wieder Kvitschfiedl aus dem Wasser Den sehen wir nie wieder Kvitschfiedl ist halbtot dagegen Nordic Jetzt bist du ganz auf dich gestellt Viel Glück Kleiner Ist einfach weg Einfach weggeheated Fatality und Roberta Die Banon schützend Gen Narsche ziehen Nordic hinfort Fortgerissen Von der Gewalt Des Lete-Stroms Und schließlich Link Der Süd-Figaro Infiltriert Um den Vormarsch Des Imperiums Zu bremsen Was mag die Gefährten erwarten? Einfach crazy Wie jetzt schon so Drei Plots entstehen Das ist jetzt einfach so One Piece, Alter Wo jetzt so am Anfang Der Episode mal Gezeigt wird Wo wer ist Oder so Anhand einer Karte Wähle Ich kann sogar Ein Szenario wählen Was ich zuerst spiele Okay Ich kann mich nicht entscheiden Was finden wir Am interessantesten Bisher Wie der Typ hier Irgendwo infiltriert Wie wir hier Eine Esper begegnen Oder Wie Nordic Irgendwo strandet Wahrscheinlich Link Link Zwar gelang es Link Die Imperiale Armee In Süd-Figaro Aufzuhalten Doch scheint Ihm nun Jeder Fluchtweg Abgeschnitten Mist Ich muss so schnell Wie möglich Nach Nasche Und das Aber ganz Harsche Ich bin heute So eine Witze Kanone Alter Crazy Reiche Leute Haben immer Einen Fluchttunnel Im Haus Man muss nur Nach Luftzug suchen Wir hatten Als wir das erste Mal hier waren Haben wir was gelesen Von einem Norden Wo ein reicher Typ Da müssen wir hin Das ist gerade Die Kampfmusik Ne Das ist wie die Kampfmusik Aber abgewandelt So eine andere Version Kann ich mich einfach Mit den Kloppen Also nichts zu suchen Verzähl dich mal Was ist das Ja ich mein schon Da ist so diese Melodie so ein bisschen Drin verarbeitet In dem Sound Mit Fremden Fliege ich nicht Viel zu plaudern Doch Bebrechtest du mir Ein leckeres Tröpfchen Okay Das war der Alki Mein Opa war früher Mal Bote Für den reichen Onkel Der im Norden Der Stadt wohnt Mir wurde befohlen Nur Händler Passieren zu lassen Äh Ich bin Händler Arschloch Ich denke mal Der lässt mich Auch nicht durch Finger weg Von meinen Mech Oh Oh Stehlen Ich stehle einfach Seine Ich dachte Ich stehle ihm Irgendwie so eine Feder oder so Also so eine Sprungfeder Dass er dann Sich nicht mehr Richtig bewegen kann Dann fällt er zusammen Weg gelasert Okay Ich glaube ich sollte Nicht gegen den Kämpfen Tschau Sprich bloß die Mechpilot nicht an Die Jungs haben Einen nervösen Finger am Abzug Ja das habe ich gesehen Bist du nicht Der berühmte Richtigte Dieb Link Schatzjäger heißt das Verdammt nochmal Das ist ein Händler Kann ich den beklauen Okay Ich glaube ich beklaue ihn Nicht Warum Konnte ich bloß Meine Klappe Nicht halten Okay Ich habe jetzt einfach Ein random Händler Verprügelt Weil er mich Dieb genannt hat Einfach den Händler Getötet Das ist wirklich Nennst du mich Einmal Dieb Bam 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 Tod Da oben geht es Auch nicht lang Vielleicht habe ich Jetzt sein Händler Zertifikat Geklaut Ich wollte ihn auch Erst beklauen Aber ich dachte nicht Dass ich ihn One hilte Weil das Händler Wahrscheinlich Irgendwie Nicer Items Dabei Oder so Ja da ist denn der Speicherpunkt Läuft der vielleicht irgendwie Soweit dass ich Unter ihm vorbeilaufen kann So jetzt hinterher Ne Ähm Okay Ja ich glaube Ich glaube seine Händler Leere Ich brauche halt Vielleicht Alk Für den Typen hier Ja das ist der Händler Typ Warte was wenn ich denn Zu dem Händler jetzt nochmal gehe Vielleicht steht er jetzt wieder Und ich kann wieder gegen ihn kämpfen Und dann kann ich ihm seine Händler Lizenz klauen Er steht wieder Okay Ähm Nichts gestohlen Ich probiere nochmal aus Federhut gestohlen Kleidung gleich mit gestohlen Gleich mal anprobieren Ein bisschen klein Doch im Grunde fein Uwa Entblößter Flucht Junge Warum konnte ich bloß meine Klappe nicht halten Ja jetzt lass mich durch Du bist ein Händler nicht Gut Dann kannst du passieren Potion Schatzjäger by the way Ja Ein Schatzjäger muss halt auch Ein paar kriminelle Tricks machen Um zum Schatz zu kommen Und das bedeutet in manchen Fällen Dass mal auch ein Mann beklaut werden muss Ich sag's auch nicht gerne zum Klauen Sondern eher Erleichtert werden von seinen Schätzen Ich hab ihn nur erleichtert Ich hab ihn nur erleichtert Die grünen Wichter aus der imperialen Armee sind schlapp wie Joghurt Und fangen doch immer Streit an Die sind so lahm Denen könntest du sogar die Uniform klauen Bevor sie auch nur was merken Wir gehen jetzt zu dem nächsten Typen Um etwas zu erleichtern Wir klauen es jetzt durch Wir arbeiten uns jetzt hoch Von einer Nadel zum iPhone Ein bisschen groß Doch kein hartes Los Uwa Halt wirklich einfach Hitman gerade Hitman Mission Moin Kann ich mal durch hier Sicherlich wird es nicht mehr lange dauern Bis dieser Volldepp Kevkanascha angreift So würde ich ihn natürlich nie In seiner Gegenwart nennen Lässt mich aber trotzdem nicht durch Hey Finger weg von meinem Mac Okay chill chill Entspann dich Bruder Verstärkung sollte schon unterwegs sein Bald wird es in Nasche vor Kampfbereiten Verteidigern wimmeln Leer Die Uhrzeit tut mir leid Okay Wach Die Wache wurde abgelöst Ich bin die nächste Wache Ja er reimt irgendwie bei jedem Klau Es tut mir ausgesprochen leid Werte Kundschaft Doch alle meine Waren sind ausverkauft Keine billigen Tricks Ja Okay ich kann wieder zum Händler zurück Wechseln I guess Hier an der Stelle Und draußen vor der Tür Kann ich wieder zurück Zum Soldaten wechseln Sieht so aus Als hätte unsere berühmte Generalin Verrat Am Imperium begannen Sie soll irgendwo hier In der Stadt Im Kerker schmorren Oh Ich sollte längst Den Geheimgang Vom Haus im Norden bewachen Naja besser nie als zu spät Was Hab gehört Dass es in dem Haus Im Norden Zwei Geheimgänge gibt Einer führt raus Aus der Stadt Der zweite In irgendein anderes Gebäude In den Kerkerraum Wir können jemanden befreien Hier ist noch ein Händler I guess Bei dem ich wieder klauen kann Stimmt Der hat gesagt Besser Nie als zu spät Stimmt Der hat es genau andersrum gesagt Besser Das heißt ja eigentlich Besser Besser spät Als nie Oder Aber der hat es genau andersrum gesagt Oder habe ich es einfach nur falsch vorgelesen Okay 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 Äh Okay Ja das Haus im Norden ist halt da oben Ich habe ehrlich keine Ahnung Ja ich könnte Ich traue beidem Boah was ist denn los heute Chat Ich glaube heute ist nicht mein Tag Ich habe heute so viele Schwierigkeiten Sätze zu formen Ich weiß nicht wieso Also ich fühle mich Ich fühle mich immer besonders dumm Aber heute fühle ich mich überdurchschnittlich besonders dumm Finger weg von meinem Mac Goldnadel erhalten Ist doch die Nachwirkung von gestern Ja bestimmt Ja wie komme ich da rein Vielleicht als Händler rein Was für ein Saft Banane Ja seit genau ab dem Zeitpunkt als du gejoint bist Klopper Habe ich mich automatisch dumm gefühlt Die chronische Dummheit wird schlimmer Stink mir Oh ich habe sogar sein Dolch geklaut Ein bisschen klein doch im guten Befein So dann probieren wir das nochmal als Händler Vielleicht kann ich als Händler auch mit dem Typen da reden Ne Was war hier unten nochmal Achso Hier war der andere Händler Was für Wenn ich als Händler mit dem Händler rede Was willst du Bist du etwa gekommen Mir meinen edlen Tropfen zu entwenden Das brauchen wir Jetzt gib ihn mir Nicht Federhut Jetzt ist er nackt Ah jetzt Okay damit können wir jetzt zu dem einen Opi Der unbedingt Alk trinken wollte Das war Wo war das Das war Hier längs Hier drin war das Ich habe nicht mal eine Ahnung Wie ein Bitcoin Symbol aussieht Oh nein Oh ein leckeres Tröpfchen Hm ein Fluchtweg willst du wissen Nun ja es gibt da einen Geheimtunnel Von hier zum Haus im Norden Mein Enkel im Keller weiß Bescheid Sag ihm einfach die Parole Sie lautet Ui ist mir doch glatt entfallen Will er mich verarschen Oder heißt die Parole Ui ist mir glatt entfallen Ist das die Parole Wildrose Das kennen wir aus dem anderen Teil Fehlschlag Ha ich weiß genau Dass du ein Spion des Imperiums bist Versuch das nicht nochmal Nimm dies Muss ich jetzt Also muss ich jetzt wieder auch wieder den Brandwein neu holen Nein Nein okay Voila der geheime Eingang Okay es war Mut Hätte ich das woanders herausfinden müssen Es war einfach Mut Okay So das ist das Haus des Reichen Die Imperiale Armee hat dieses Haus zu ihrer Kommando Basis gemacht Wir hatten ein leichtes Spiel Wir hatten ein leichtes Spiel Weil uns ein Spitzel Informationen zuspielte Okay Ich kann mit denen einfach reden Die machen gar nichts Scheiß auf Eindringling Mit Mut und Freundschaft kann man alles lösen Hey Servena Hey Servena Ihr Barmherzigen seid mir gnädig Was habe ich nur angerichtet Geld verdarb meine Seele Dem Imperium spielte ich Informationen zu Oh Hier ist ein Wind Das ist der Typ Chat Aber hier war ich auch schon mal Ich war ja vorhin bei ihm Und er hat einen Brief geschrieben Er hat gesagt irgendwie Yo ich Chatte mit jemandem Und ich habe mich hier bei ihm lustig gemacht Aber das war ein Brief an das Imperium Die miese Sau Wir haben ihn Eigentlich vorhin bei frischer Tat ertappt Hey die habe ich irgendwo schon mal gesehen Eine Generalin des Imperiums Das ist es was mir mit Verrätern passiert Eine Mageter-Kriterin aus der Kriegsschmiede des Imperiums Niemand sah je ein Lächeln auf ihrem schlachtgegärbten Gesicht Okay im Chat wir haben einen neuen Charakter Wer möchte gerne Celeste sein? Schreibt in den Chat Chat Schreibt in den Chat Chat Der Jules Ja wie 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 Machen wir jetzt den Namen weiblicher Juliette Julie Julia Juli Jules 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 Ist doch weiblich Echt? Ich dachte Jules ist männlich Jewel Jules Jules Juli Jules Luigi, genau Luigi. Julsera. Julsera, 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 Julsera Dona. Juleseradonna. Das ist doch geil, oder Jules? Juleseradonna? Ich glaube, das ist nice. Ja, nehmen wir das mal. Jules. Ein tiefer Fall für Jules, die unbezwingbare. So tief wie das Imperium, welches die Schwachen mit Füßen tritt, falle ich nie. Du wagst es? Kefkas Plan, die Menschen Domas allesamt zu vergiften, ist inakzeptabel. Hütte deine Zunge! Pah, morgen macht man dich eh einen Kopf kürzer. Für heute sei dir das letzte Wort gewährt. Pass auf, dass sie keine Dummheiten anstellt. Jawohl, Sir. Mein Blick wird nicht auch nur eine Sekunde von ihr weichen. Wie viele Charaktere hat das Spiel? Irgendwie zwölf oder so. Zwölf so... Pipapo? Jules funktioniert bei weiblichen und männlichen. Bin gerade nur in Exfarm in 143. Ich hoffe, du schaffst gleich die 144 auch. Wer bist du? Gestattet Link von den Rückkehrern. Ein Rückkehrer? Was führt dich denn hierher? Ich bin eine Generalin Gestalt. Allerdings hat man mich just zu einer Verräterin degradiert. Los, wir hauen hier ab. Was? Du nimmst mich mit? Unmöglich. Meine Beine sind verletzt. Für dein Angebot möchte ich dir danken. Doch wir kämen nicht weit. Da ist es immer noch besser, hier auf den Tod zu warten. Ich werde dich beschützen. Sei unbesorgt. Dir wird nichts geschehen. Auf geht's. Warte. Vielleicht hat dieser Soldat etwas, das uns bei der Flucht hilft. Uhrenschlüssel. Ausborgen. Stehlen gehört sich nicht. Also borgen wir ihn nur aus, Chat. Scheiße, er hat es erwischt. Ich will Erbsensuppe essen. Ah! Er hat geträumt. Und Eiersalat. Die Adfolgs sind so cool, man. Sie kann heilen. Und Eis. Ist sie auch eine Zauberin wie Wie Ähm Eine Magierin wie Roberta Ich hab einfach ihren Namen vergessen. Okay, ich hab irgendwo was aufgemacht. Ach, da unten. Tür! Eisenkürers. Jetzt so eine Erbsensuppe. Oh, wird schon, wird schon jetzt ballern. Würde ich mir rein schnipulieren. Sind hier keine Kämpfer? Sieht aus wie ein richtiger Dungeon. Ja. Kommandeur! Wie die alle in einer Reihe stehen, Junge. Runik! Was ist denn Runik, Alter? Ja, mach doch deine Runik jetzt. Cool. Das war ja richtig runikhaft. Magic. Das Eis sieht ja super cool aus. Boop, 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 boop. Ohrringe? Einfach nur O-Ringe. Vektor-Hund! Aber das ist cool, wie sie hier so viele so kleine Ideen eingebaut haben. Um das Gameplay so ein bisschen zu bunter zu machen, ne? Das ist schon cool. Oh, einfach geflohen. Das mit dem Verteidigen von Roberta am Anfang. Dann das mit dem Floß. Okay. Jetzt hier dieses Stealth-Kram und so. Das ist schon cool. Hinterhalt, ich bin tot. Ich hab wieder Runik gemacht. Scheiße. Reißen. Was ist Runik? Jetzt passiert einfach nichts. Ich muss mir gleich mal im Menü durchlesen, was das ist. Ich hab wieder Runik gedrückt. Sie verdiente tot. Ja, an der, an der zweiten Stelle war immer Magie bei, bei Roberta. Jetzt ist es Runik. Jetzt ist es Runik. Runik. Es absorbs its magic spell with her sword and heals Celeste and pays for the cost of the original spell. Once used, Runicul absorbs the next spell. Was? Da oben sind noch Kistis. Kistis? Ich war gegen fünf Jahre alt. Also muss ich dann auf mich selbst casten? Schade, dass wir schon beim letzten Pixel Remaster sind. Aber hey, dann kommt bald FF8 und FF9. Was ist mit sieben? Findest du sieben scheiße oder was? Sag das nicht. Sieben ist nice. Riesenschwert, Großschild. Ich kann sprinten, Chat! Schon mal darüber nachgedacht, Enemy, dass vielleicht deine Meinung trash ist? Gibt's ihm, ja, ich geb's ihm jetzt. Ich hab vergesst, dass man ja immer hier einstellen konnte mit Autosprint oder nicht Autosprint. Gibt's hier aber gar nicht mehr. Ich muss hier wirklich selber immer sprinten. doch, nee, hier. Oh, so ist das geil. Spiel du mal sieben, da wirst du merken, wie viele nervige Sachen im Game sind. Äh, ich hab sieben schon mal gespielt und ich fand's richtig geil. Ja, ich hab es mal gespielt mit Autosprint. Okay. Ja, ich hab sieben, wenn wir sieben sind. Wie viele hinschliere Sachen haben? Ich hab sieben. Aber äh, ich hab sieben geklickt, weil sieben sind. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Ich hab sieben. Ich hab sieben семierungen. Ich kann mich nicht an eine nervige Sache in der FF7 erinnern. Irgendwie. Ja, weil es auch geil war. Es ist ein geiles Game, weil da gab es nichts nerviges. Fort Condor fängt schon direkt mit einer optionalen Sache an. Brauche ich nicht mehr weiterlesen. So, ich bin durch. Ich habe es begraben. Mundtot. Trouboeter. Schmeter. Schleife einfach so hier, lol. So early. Super weird. Schmuck, der die Magie erhöht. Als Paar getragen verstärkt sich der Effekt. Okay. Ich gehe jetzt hier hin, so. Ist nicht optional. Hat man das nicht einfach nur für Phönix gemacht? Ist ja doch komplett optional. Ich bin nicht auf der Hauptschädel zu machen. Oh, das ist so. So, wie denn die Nachrichten fällt jetzt? Ich bin ein Spiele. Oh, das steht jetzt mal. Ich bin ein Spiele. Ich bin ein Spiele. Ich bin ein Spiele. Von den PS1 von Fantasy war 7 das letzte, was ich gespielt habe. Deshalb mag ich wohl 8 und 9, wohl auch mehr. Ich habe 7 auch als letztes gespielt. Bei mir ist aber 7 von den 3 noch Platz 2. Ja. Wieso hauen die beiden so oft daneben eigentlich? Der Typ ist ohne seine Hunde immer verzweifelt, Junge. Sobald die Hunde tot sind, kastet er direkt Verzweiflung. Direkt in Panik ausbrechen. Erlaube mir eine Frage. Warum hilfst du mir? Weil du ihr... Er findet es egal. Ach, vergiss es. Ich tue es einfach für mich. Okay. Gibt es noch irgendwas aus? Nee. Ob, 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 ob. Wo gehen wir hin? Gehen wir wieder zurück zum Unterschlupf? Oder gehen wir nach Figaro? Ich habe zuerst 8 gespielt, fand das irgendwie viel zu schwer an ein paar Stellen. Dann mit 16 fand ich FF Mega und habe gleich 7 Remake Crisis Core Reunion Rebirth gezockt. Schwer? Ja, hier ist es ja nicht. Deine Boys hier weg, ne? Kann schon schwer sein, wenn man das Spiel nur mit einem Auge spielt. Mach mal beide Augen auf dein Sharingan. Okay, keine Ahnung, was ich heute rede, Chat. Heute ist nicht mein Tag. Okay, du bist halt viel zu gut. Du musst direkt runterreden. Mach mir Sharingan-Tatto auf den Handdrücken. Ich weiß halt nicht, ob, wenn ich Final Fantasy 8 Blind spielen würde, ob ich es auch schwer finden würde. I don't know. Was ist das für ein Geräusch? Okay. Weil das nicht teilweise die Gegner mitleveln, dass sich damit anpasst? Äh, ja, die haben so ein paar Punkte. Wenn du einen bestimmten Punkt im Level erreichst, dann leveln die. Was ist das? Da kommt etwas durch die Wallen. Yo, der Maulwurf. Wenn dessen Zauber uns erwischen, sind wir Asche. Was sollen wir also tun? Ich absorbiere seine Magie mit meiner Runik-Schwert-Technik. Was? Bist du sicher, dass das klappt? Sieh und staune. Okay, jetzt kommt das. Runik. Zack, jetzt passiert nichts. Geil. Bora! Kann ich was klauen bei ihm, Boy? Ich wollte heilen, aber da ist ja Runik an der zweiten Stelle nicht Magie, ne? Ich muss ja mal zwei Felder runter. Da, jetzt kam Magie. Ja, aber wie soll ich das predikten? Soll ich jetzt die ganze Zeit eine Runik-Spam und zuschauen, wie er mich, äh, tötet oder was? Mit seinen Bohrern. Jetzt kommt nur noch Magie. Okay! Okay, ich mach jetzt nur noch Runik. Nee, Jules, du bist es nicht. Jules, du bist es nicht. Nee. kam mit dem Battlesystem nicht klar, weil mein Brain auf Standard-JRPG-Regeln mit Strategie eingestellt ist. Was meint man mit Strategie? Kein Leuten, die bisher nur die beiden Remakes von FF7 gespielt haben, sogar das OG 7 empfehlen. Das OG ist schon an vielen Stellen viel, viel geiler als das Remake. Okay, was mach ich jetzt anders? I don't know. Jetzt darf er auch noch zweimal angreifen. Ich mach auf jeden Fall jetzt eine Sache anders und zwar, ich verklicke mich nicht mehr. So, jetzt fang ich an mit Runik. So, jetzt hat sie Feuer absorbiert und kriegt dadurch jetzt Mana. Aber er macht halt trotzdem noch andere Sachen. Okay, gut, so viel Leben hat er gar nicht erkennt. Sondern Gegner greift an, dann ich, dann wie der Gegner. Also halt nicht an die Ladebars und aktiv Angriffe der Gegner, sondern Gegner greift an, dann ich, dann wie der Gegner. Ach so, das meinst du. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Okay, das war's. Das war das Szenario. Okay. Aber inwiefern ist das denn problematisch? Also ist ja hier zum Beispiel ja auch so. Das ging schnell. Das ging? Wie lange waren wir da drin? Eine Stunde oder so? Wie lange machst du heute noch? Weiß ich nicht. Wieso? Willst du dir was Geiles bestellen? Irgendeine geile Pizza mit richtig schön viel Hollandaise? Ja, aber FF4 war auch sehr wild. Das war sehr, FF4 war ja noch da, noch, noch wilder. Da gab es ja Doppeltbalken quasi. Noch ein zweiter Balken, der zum Casten da ist und sowas. Und dann hattest du ja einen Charakter mehr, wodurch das noch unübersichtlicher und noch viel schneller war. Und das war ein bisschen zu viel. Da wollten die ein bisschen zu viel irgendwie. Das wurde ja dann mit fünf viel besser. Und sechs und sieben und acht und neun und so. Das wurde dann immer geiler. Wurde dann immer langsamer. Und dann kam neun. Das war das Schnarch-Game. Ja, Tschede, was machen wir als nächstes? Zu wem gehen wir als nächstes? Nordic oder die Truppe? Ich muss früh ins Bett. Ich schaue dich aber wahrscheinlich zum Einschlafen. Ich weiß nicht, was du meinst mit früh ins Bett. Aber ich glaube, das wird heute kein Stream sein, das du dir wahrscheinlich anmachen kannst zum Einschlafen. Außer du willst gleich schon ins Bett. Truppe zuletzt? Nordic, Nordic? Warum war neun Schnarch? Das Kampfsystem war halt super langsam in neun. Deshalb war es so ein bisschen Schnarchi. Mich hat das als Kind fertig gemacht. Nicht zu wissen, wie man mit der Gunblade in der Wacht schießt. Ich weiß es immer noch nicht. Auch nicht, ob das überhaupt geht. Die Gunblade kann nicht schießen. Es wird dir auch erklärt, dass wenn du im richtigen Zeitpunkt den Trigger von der Gunblade drückst, dann vibriert das Schwert und macht mehr Damage. Und dann musstest du einfach nur beim Spielen im richtigen Zeitpunkt immer eher eins drücken. Und dann kann Squall und Cypher mehr Damage machen. Aber schießen kann die nicht. Die vibriert dann einfach nur. Dein Gamepad vibriert dann auch. So immersive. Ja, es war quasi wie ein kleines Quicktime-Event. So wie bei Super Mario RPG oder bei diesen Superstar-Saga-Spielen, wo du dann Mario immer im richtigen, wenn du springst, dass du im richtigen Punkt A drücken musst oder sowas. Am Ende des Kampfes gegen Ultrus ward der tapfere Nordic aus dem Fluss geschleudert. Welchen Weg hat das Schicksal für ihn vorgesehen? Aber ich glaube, das checkt auch niemand beim ersten Mal. Bei mir war es so, dass ich als Kind dachte, das geht bei jeder Waffe. Ich habe mit jedem Charakter A1 gedrückt. Prima. Und mich gewundert, wieso es nicht funktioniert. Und dann gab es ja in dem Spiel natürlich Crits. Manchmal haben die gekrittet. Und wenn die gekrittet haben, dann dachte ich, ich habe im richtigen Zeitpunkt gerade A1 gedrückt. Da ist Sadie wieder! Zurück! Der Hund hat nicht viel für Fremde übrig. Kennst du dich aus in der Gegend? Ich wurde von meinen Gefährten getrennt. Mein Ziel ist Nasche. Doch habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich dort hingelangen könnte. Am Ende des Waldes im Osten hat das Imperium ein Camp errichtet. Ein imperiales Camp? Es scheint, dass sie es auf Burg Doma abgesehen haben. Burg Doma also. Doch dafür habe ich keine Zeit. Ich muss sofort nach Nasche. Der einzige Weg nach Nasche führt durch Doma. Bis dorthin kann ich dich führen. Allerdings werde ich dich verlassen, wann immer mir der Sinn danach steht. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Okay. Boah! Der geht hart. Sein Bild einfach. Irgendwie würde das auch Sinn ergeben. Gar nicht mal so dumm gedacht gehabt, der kleinen Keggy. Ja, aber das Spiel erklärt ja, das geht nur bei Gunblades. Und ich habe das wohl damals irgendwie als Kind überlesen oder so und nicht gecheckt und habe es bei jeder Waffe benutzt. Wer bist du denn? Äh, moin moin! Bin bekannt wie ein bunter Chocobo hier. Und kennen tue ich auch jeden. Äh, außer dich. Bist wohl neu hier. Uh, Ninja Stern, Alter. Tarnpapyrus. Eine Schriftrolle, die Unsichtbarkeit hervorruft. Anwendbar für das Kommando werfen. Schattenpapyrus. Eine Schriftrolle, die einen Doppelgänger schafft. Anwendbar über das Kommando werfen. Boah! Let's go. FEDERHUT STEHT MIR GUT Wir können gleich Schatten-Doppelgänger machen. Gleich geht es richtig ab, Mann. Hä? Er heißt Uropa, Chad. Aber er ist nicht mein Uropa. Aber er ist der Opa der Uhren. Na endlich, der Uhrmacher. Ich warte schon seit Ewigkeiten. Ich muss euch leider enttäuschen. Hä? Schau her. An der Wand. Da hängt das gute Stück. Seit Jahren stehen die Zeiger still. Ein Jahr, fünf Jahre oder gar zehn. Zum Wichtel nochmal. Ich kann mich am besten Willen nicht erinnern. Was ist denn hier für ein Song eigentlich gerade? Au, Scheiß. Du liebe Güte, jedes Kind könnte das besser. Ein Kind? Ich habe kein Kind. Wieso musst du von Kindern reden? Allein bei einem Gedanken wird mir übel. Jetzt mach dich schon fort. Husch, husch. Na wirst du wohl, sonst werfe ich dich auch auf das Bestienfeld. Der alte Chocobo hat anscheinend nicht mehr alte Feder im Gefieder. Was redet er da? Was war das denn? Ich gehe einfach, I guess, weiter. Ein Uhrensohn. LOL. Äh, wo bin ich auf der Karte? Da oben. Hey. Aber der Song ist bänger. Imperiales Camp. Es wimmelt nur so von Wachen. Boah, jetzt kommt die nächste Stealth-Aktion. Puggy Fox, Dankeschön von der Prime Star. Hey, hast du dich schon gehört, Mann? Du meinst die Sache mit. Psst, nicht so laut, die Kartoffel. Äh, nicht so laut, Kartoffel. Wenn Käfer das mitkriegt, sind wir geliefert. Sieht so aus, als wolle Kefka General Leo absägen und hier selbst das Kommando übernehmen. Das meinst du nicht ernst, Möhre. Wenn der Spinner General, General wird, quittiere ich den Dienst. Aber hallo. Psst, Kartoffel. Wenn Käfer was hört, landen wir sofort im Kerker. Weiß ich doch, weiß ich doch. Möhre und Kartoffel also. Verflucht. Da kommt der Spinner. Schnell zurück auf unseren Posten. Hey, ihr da. Tut gefälligst euren Dienst. Welche Freude, euch zu sehen, ehrenwerte Käfka. Es ist uns eine Ehre, unter euch zu dienen. Erspart mir diese leeren Geschwätz. Kapiert, vielleicht euren, äh, verrichtet euren Dienst. Oder ich verspreche euch, ihr werdet euch wünschen, nie geboren worden zu sein. Korporal, Korporalkartoffel ist er vor der Name. Großkotz, auf dich hört doch eh keiner. Ich hab so einen Hals. General Leo sollte dem mal gehörig die Meinung galgen. Major Möhre, ja. Psst, ich sag doch, sei still, du Idiot. Kapierst du denn nicht, General Leo mag ein aufrechter Mann sein, doch Käfka ist von Sinnen. Der Typ ist unberechenbar, sieh dich also gefährlichst vor. Jaja, ist schon klar. Imperialer Komponant. Geist nicht, Imperialer... Mir fällt kein Gemüse mit I ein. Gemüse mit I, gibt's überhaupt ein Gemüse mit I? Irrschattengewächs. Hey, ihr zwei Hübschen, keine Zeit für Kaffeekäntzchen. Ingwer, oh, stimmt. Wir starten die Offensive auf Burg Doma, meldet euch beim Stoßtrupp, aber zack, zack. Ja, Igel war auch das, woran ich gedacht hatte. Aber das ist kein Gemüse. Ist halt eine Wurzel, ja, aber Kartoffel ist auch eine Wurzel. Angriff! Jetzt prügeln die auf die Wand. Minecraft einfach. Wir haben keine Chance, ihre Zahl ist zu groß. So naht also unser Ende. Verzagt nicht. Boah, der Songchat. Den kennt man auch aus der Final Fantasy 14. An eurer Stadt will ich kämpfen. Seinem Herrn schweu unumstößliche Treue, um Land und Ideale zu verteidigen, fürchtet dieser Krieger selbst den Tod nicht. Das ist der gute Chirn. Der kommt auch in Final Fantasy 14 als Charakter vor. Da gibt es auch so eine Doma-Plot. Also das heißt auch dort Doma-Castle. Und da geht es auch um Chirn. Haben die einfach ein 1 zu 1 nachgebaut. Dieser Song kommt auch gerne in FF 14 vor. Ja, darüber reden wir ja gerade. Das ist ja hier ein Soundtrack. Und Stormblood geht es ja um Chirn. Und Doma. Und hier geht es ja gerade auch um Chirn und Doma. Also der wird hier halt mit Zyran geschrieben. Aber das soll wohl auch ausgesprochen werden wie Chirn. Chirn. Und in Final Fantasy 14 wird da anders geschrieben. Aber soll wohl derselbe Typ quasi sein. Chirn. Chirn. FF 14. So sieht der in FF 14 aus. Und der ist irgendwie der König, der Prinz oder so. Von Doma. Und der Typ, den wir hier gerade spielen, der ist wohl nur so ein Ritter hier in Doma. War schon mies mit der Charakter. Der war schon scheiße, ja. Der war schon scheiße. Okay. Wer will den guten Chirn haben? Oh. Ich habe was versehen schon gedrückt. Warte. Backup. Backup. Schreibt in Chat. Schreibt in Chat. Wenn ihr ihn übernehmen wollt, schreibt in Chat. Bleistift. Okay. Drei. Zwei. Eins. Aki. Er ist einfach Aki. Wir sollten trotzdem so machen, dass keine Doppelten... Ja, komm doch nicht. Wir haben noch keinen Doppeltenamen. Machen wir doch. Ja, weil die Leute, die schon waren, trotzdem das Wort schrieben. Ja, sollen die doch machen. Die kommen hier nicht dran. Hehehe. Ist erst die Anführer besiegt, sollten die imperialen Truppen in Panik fliehen. So will ich dann zu Taten schreiten. Fürst Aki. Schlagt ihren Kommandanten. Oh, ich darf ihn sogar spielen. Okay, Abfahrt. Ich, Aki, stolzer Krieger Domas, fordere euch zu einem Duell. Boah, der fällt hier. Kenjutsu. Fang, Himmeltiger. Schnell aufeinander folgende Hiebe lassen dem Gegner keine Chance zur Parade. Feindliche Angriffe werden vorausgesehen und direkt mit Konter beantwortet. Geistige Energie beseelt die Klinge, halbiert die LP deines Gegners und erteilt Sturzschaden. Okay. Tiger. Abfahrt. Popo. So wenig Leben hat er noch? Okay, chill. Okay, jetzt Himmel. Trau dich, greif mich an. Popo, popo, popo. Schu, 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 schu. Boah. 700. Schwarzgurt. Unser Kommandant ist gefallen. Rückzug. Das ging ja schnell. Wir verschanzen uns in der Burg und warten, bis der Feind zermürbt ist. Okay. Und jetzt sind wir wieder hier. Alter Banger-Song. Moin. Okay. Ich dachte, ich kann die ansprechen. Jo. Okay. Meteorik. Zack. So, jetzt hier Ninja-Stern werfen. Boah, Junge, wie er den weggehebt. Boah, 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 boah. Geil. Jetzt den Mecker werfen. Boah, Junge. Er nimmt einfach das ganze Ding hoch. Die geben gar keine Erfahrungspunkte. Boah, Junge. Wie. Über Ansicht. Der Deckel lässt sich nicht, äh, einfach nicht öffnen. Also gut. Treten, schlagen, nichts tun. Ja, treten. Autsch. Verflucht entdeckt. Wow. Der Dorc hat überlebt. Ich darf ein bisschen mehr leben, als ich bedürfe. Äh, stimmt. Spidewechsel. Kann ich mal gleich probieren. Ha! Junge! Da kam Stadys Hund angelaufen. Sternenanhänger. Kam sein Hund angelaufen, hat ihm einfach 600 Damage gemacht. Äh. Ja, hier. Oh, der hat einen breiten Rücken. Da ist Leo. General Leo, die Domaner haben sich in ihre Burg zurückgezogen. Ihre liebste Taktik. General, wir sind bereit für die Erstürmung der Burg. Erteilt den Befehl und wir greifen an. Dein Mut ehrt dich, doch wir über dich im Geduld, Soldat. Ein Angriff zu diesem Zeitpunkt würde zu viele Leben kosten. Aber mein General, für das Imperium gebe ich mein Leben jederzeit mit Freuden. Du kommst aus Maranda, nicht wahr? Nun ja, doch warum fragt ihr? In deiner Heimat wartet eine Familie auf dich. Erwartest du von mir, dass ich mit deinem Schwert vor sie trete? Ich könnte ihnen nicht in die Augen sehen. Du magst ein Soldatgestalt sein, doch allem voran bist du ein Mensch. Boah. Gänsehoden. Und dein menschliches Leben ist so kostbar. Es ist einfach so zu verschwenden. Der Imperator würde mir sicher beipflichten. Jawohl! General Leo. Eine Botschaft, Imperator Gestalt. Genau jetzt in dem Brief steht er. Schick dir alle in die Burg, wenn die alle verrecken sollen, dann sollen die sterben. Was? Der Imperator verlangt nach mir? Ich kehre unverzüglich zum Hofe zurück. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Sehr wohl. Die weitere Operation liegt in euren Händen. Enttäuscht mich nicht. Zu Befehl. Du hast mich gehört. Übereilt nichts. Zu viel Blut würde fließen. Ich zähle auf euch. Jawohl, Sir. Ihr könnt auf uns verlassen, Sir. Sehr wohl. Das sind keine Maulwurfsmützen. Das sind Helme. Das also ist General Leo. Er mag ein Feind sein, doch scheint er kein schlechter Mensch zu sein. Im Krieg gibt es keine Freunde oder Feinde. Im Krieg gibt es nur Opfer. Ist der blöde Leo erstmal fort, wird dies Wassergift sofort. Er reimt einfach. Und wer es auch nur kurz berührt, sich nicht mehr von der Stelle rührt. Der Imperator ruft nach mir. Ich werde unverzüglich abreisen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Oh, den Brief hat Kefka gefälscht. Pah, ich bin kein zauernter Feigling wie du. Zügle deine Niedertracht. Auch die feindlichen Soldaten sind am Ende nur Menschen. Vergiss das nicht. Kein Mitleid für Verräter, die mit den Rückkehrern zu kollaborieren. Nicht, als hätte ich mir diese armselige Schwäche überhaupt je zu Schulden kommen lassen. Ja, hau rein, Leo. Ja, sein braves Hündchen und lauf zu deinem Herren. Wuff! Ist das Gift vorbereitet? Aber General Leo sagte doch, siehst du denn hier etwa? Jetzt bin ich der Boss. Bring das Gift. Aber auf Burg Doma befinden sich auch Gefangenen aus unseren Reihen. Sollten sie von dem Wasser Na und? Narrandin, die Hände des Feindes fallen. Verdienen den Tod. Okay. Einspruch eurer Ehe und Ehren. Parlässiges Geschmeiß. Kriecher am Boden, du Wurm. Alter. Wir kämpfen gegen Kefka. Dicke, 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 dicke. Fucking Einspruch eurer Unehren. Kefka, hier geblieben. Ah, ah, ah. Bin ich dein Hündchen? Bleib stehen! Jetzt jagen wir dir einfach hier durchs Camp. Lässt dich in der Tat. Ticke, dicke, 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 dunga, dicke, dunga. Ah, fucker. Aus, das tut weh! Und wieder rennt er weg, oder? Ja. Als wenn ich Zeit hätte, den ganzen Tag herumzuspielen. Das nächste Mal bin ich nicht so gnädig. Hab wichtige Termine, das überlasse ich euch. Fuckin' Kefka, ey. So, wie wär's mit Schoppen, Doppelgänger? Boah, der ist einfach doppelt da, Chat. Vielleicht auch sogar dreimal. Oder viermal. Ich kann's gar nicht sehen, so schnell ist der. Wirft der jetzt auch Doppelsterne? Kefka ist so ein Trollet, wirklich. Boah! Aber er ist wundervoll. Ein Symphonie aus tausenden Todesschreien wird meine Ohren umschmeicheln. Ja, das ist so ein crazy Maufogger, Alter. Fürst Aki. Oh, er ist doch der Fürst hier. Okay, ich dachte, der ist irgendwie nur so ein Reror. Ein Reror. Die imperialen Truppen scheinen sich wieder zu regen. Verboten ein... Verboten? Einen neuen... Vorboten? Einen neuen Offensive? Wilde Pose auf jeden Fall. Und dann mit dem Schnauzer. Holy shit. Hm, Wasser. Das Wasser ist verfärbt. Alle sterben. War das in Fall von Fantasy XIV auch, dass das Wasser vergiftet wurde? War doch auch irgendwas mit Wasser, oder? Die sind nur besiegt. Ja, ja, die sind nur besiegt. Die haben dann das Besiegtheitsgift gesoffen. Fürst Aki. Mich düngt, dies ist ein Gift. Welch schädliche Heimtücke. War nicht in der 15... War da nicht irgendwas auch mit Wasser? Also nicht mit Gift? Aber dass die da irgendwie... Irgendwie so eine Wasserzufuhr irgendwie öffnen mussten, oder sowas, im Doma-Kastel? Seine Majestät. Wir müssen ihn schützen. Morgen, Doma. Ich hab Triangle... Triangle-Strategy nicht gespielt. Auf einmal wieder Ivalis-Musik. Schnell, seine Majestät ist in Gefahr. Wie wahr? Doch der Thronsaal ist nah. Er rappt da einfach kurz. Eure Hoheit. So sag doch etwas. Du bist... Aki, mein Herr. Ist das so? Mir ward das Augenlicht genommen. Dein Antlitz vermag ihn nicht zu sehen. Herr, ihr dürft nicht sterben. Mein guter Aki. Seit meines Vaters Regentschaft schütztest du Doma. Ich danke dir. Und bitte verzeih mir, denn ich habe versagt. Das ist nicht wahr. Deine Familie schwebt in Gefahr. Kann nicht atmen. Lunge brennt. Quält euch nicht. Ihr dürft nicht sprechen, Herr. Eile zu Frau und Kind. Kümmere dich nicht um mich. Herr. Was ein fesches Hemd-Onkel-Käckig. Ich bin kein Onkel. Nämlich nicht alt. Du bist viel älter bestimmt als ich. So. Fürst Aki. Der Bizeps brennt auch. Da war so ein Wassertor oder sowas, wo du durch musstest, um Doma zu raiden. Ja, irgendwas war da mit Wasser. Irgendwie so ein Wasserzugang, ja. Wahrscheinlich ist es das, ne? Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Es kann auch Überlebende geben. Dann wollen wir uns aufteilen und die Burg durchsuchen. Ich bin gerade mal 56. No way bin ich älter. Tja. Und ich bin 54. Schockiert euch vielleicht, ne? Arschloch. Elayne, Elayne, so sag doch etwas, ihr Götter. Wie könnt ihr dieses Unrecht dulden? Elayne, Elayne, so sag doch etwas, ihr Götter. Oh, Vane. Nein. Nein. Junge, die Kinder, sein Kind auch tot. Das ist nicht wahr. Vergeltung dem Imperium. Ich bin Aki, stolzer Krieger Domas. Feindlicher Überfall. Männer, formiert euch. Buh, buh, buh. Wir müssen ihm helfen. Hey, lass mir auch noch was übrig. Wer ihr seid, weiß ich nicht. Doch gilt euch mein Dank, Fremder. Twitch-Partner beleidigt. Report ist raus. Okay, entspann dich. Übertreib nicht. Bist nicht alt. Du bist super jung und gut aussehend. Und du hast bestimmt auch ein cooles Hemd. Arschloch. Bip, 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 bip. Uwa. Diesmal also die hier. Work, die sind stärker also, als sie scheinen. Mich nennt er nie so wie Arschloch. Alt. Elend der Bastien. So. Gib's den Hirn. Boah, die Fäuste, Junge. Die gehen jedes Mal hart. Ja, das war Nordic. Warte. Ich dachte, ich spame einfach ein paar Angriffe, dann ist er schon tot, aber... Meinen aufrichtigen Dank. Ach, war doch selbstverständlich. Ich bin übrigens Nordic aus Figaro. Wir sollten schnellstens hier abhauen, wenn du mich fragst. Doch, schwor ich Rache für Frau, Kind und Königreich. Jetzt mach mal halblang. Willst du das mit dem ganzen Imperium aufnehmen, Mann? Zögern wir. Machen die Jungs mit uns kurzen Prozess. So, drüben, stammt euch, ihr Eindringlinge. Siehst du, sie sind schon unterwegs. Doch ich hätte einen Plan. Wir müssen erstmal dort drüber. Verstecken ist immer stark. Und von hier ist mir das Sniper Rifle. Alle wegschütteln. Zu Nordic. Was im Namen der Götter sind diese rüstungsgleichen Ungetüme? Die Anleitung kannst du dir später durchlesen. Vertrau mir und spring in einen der Mechs. Na los. Ja, Sadie ist jetzt irgendwie einfach abgehauen, ne? So, sag mir doch, wie lenke ich dieses Monstrum? Meine Güte, ein gar unerquicklicher Geselle seid ihr aber wert. Ach du Schande, jetzt hat er mich schon angesteckt. So, okay. Jetzt reiß dich zusammen und wirf den Schalter vor dir um. Mach schon. Werter Nordic. Ganz ruhig. Du brauchst mir nur zu folgen. Hey, was denkt ihr, was ihr da tut? Hilfe! Ach, der ist schon, Sadie. Alles klar, wir brechen durch. Weiter kommt ihr nicht. Ich glaube, ich muss da jemanden wiederbeleben. Er liegt da einfach oben drauf. Glaubt nicht, ihr könntet fliehen. Wieso sehen die Mechs der Gegner immer so viel geiler aus? Das ist eigentlich derselbe Mech, aber bei den Gegnern sieht das immer so geil aus. Und bei unserem Team sieht das so ranzig aus. Ich denke, wir haben es geschafft. Also, wie kommen wir jetzt nach Narsche? Nach Narsche führt euer Weg? Mich düngt von hier, bleibt nur die Route durch den Wald, der im Süden liegt. Alles klar. Die Blechhaufen lassen wir zurück. Wir würden nur auffallen. Auf geht's. Äh, Wald im Süden. Okay, ich muss über die Brücke, ja. Die City-Flitzer einfach. Mecha und FF ist starke Kombi. Ja, ab hier fängt ja so der ganze Sci-Fi-Stuff an. Wofür ja eigentlich auch Final Fantasy unter anderem bekannt war. Das ist immer so, so eine Kombi war aus Magie, so Mittelalter-Magie-mäßig Fantasy, aber gleichzeitig auch so Sci-Fi-Elemente. Und hier kamen sie dann. Ich meine, in 5 waren sie auch schon, aber ja, hier geht's dann richtig los langsam. Mit Mechas und so. Eingekesselt! Da, der, der, das Gegenteil von eingekesselt ist Flanke. Also wir können auch manchmal Flanke machen, dann sind die Gegner eingekesselt. In 2 warst du aber auf dem Mond. Im 4. war das doch. Im 2. waren wir auch auf dem Mond, im 4. waren wir im Mond. Und der Mond, das war ja auch so eher so, eher so antiker Shit. Und, was ja auch eher so zu diesem Fantasy-Setting ganz gut reinpasst. Oh, fang ist ein Gruppenangriff. War das der Mond, wo dann quasi das Volk von den Umbenennern gelebt hat? Ne, das war in 514 so, oder? Waren im 4 auf dem Mond auch Hasen? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich gar nicht erinnern. Gab's da Hasen? Waren die? Doch. Auf dem Mond? In 4 waren die Hasen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ne, true, 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 stimmt. Da haben wir doch die getroffen, wo die erzählt hatten, dass einer von denen auf Reisen gegangen ist. Der gute Naming-Way. Ich spiele ja momentan in Final Fantasy XIV, äh, den, den, den Patch-Content zwischen dem, also der Patch-Content vor dem aktuellen Add-On. Und der ist auch Final Fantasy XIV-Content. Ist richtig nice, Mann. Auch wenn Final Fantasy XIV momentan in meiner Liste eher ganz unten ist. Aber dort nochmal den ganzen Kram zu sehen in noch... In... In Geiler ist sick. Final Fantasy XIV erwähnt direkt Yasuka-Suri im Chat. Ein Zug am Bahnsteig. Nicht zu träumen wagte ich, dass die Flammen des Krieges auch nur eine der Bahnen verschont hätten. Hm, vielleicht gibt es Überlebende. Wir sollten nachschauen. Das ist der Phantom-Train-Jet. Oh, sieht aus, als kommt man von hier aus rein. Synodic? Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur hier draußen rumlungern. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Synodic? Mach dir keine Sorgen, wird schon schief gehen. Synodic? Das ist der Hogwarts-Express, ja. Ab ins Bordbistro. Scheint ja nicht so beliebt zu sein hier. Nichts wie raus hier. Das ist der Phantom-Zug! Wir sind drin. Fährt er los? Wir müssen hinaus, schnell! Die Tür geht nicht auf. Wir waren nicht schnell genug. Was zur Hölle ist das für ein seltsames Gefährt? Der Phantom-Zug. Er geleitet die Seelen der Toten in die Welt der Geister. Boah! Moment mal! Soll das etwa heißen, wir sind auf dem Weg ins Jenseits? Hey, ich hab keine Fahrkarte gelöst! Oh, shit! Ist der lustig! Ich fürchte, danach wird euch niemand fragen. Nichts da! Nicht mit mir! Wenn wir nicht aussteigen können, dann müssen wir den Zug eben anhalten. Auf nach vorne zur Lokomotive! Was gab's dann? Eingekesselt! Lüge! 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 Was will der Mann? Mich stinkt, dieses Lacken von edler Gesinnung will uns helfen. Fucking... Fucking Aki. Aber sicher doch! Okay. Wir haben ihn eingepackt. Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ah, der ist sogar dabei da unten. Geist. Mich düngt dieses Lacken von edler Gesinnung will uns helfen. Aber sicher. Hm, ja, mehr sind, desto schwerfälliger komme voran. Lieber nicht. Okay, ich kann mehrere mitnehmen. Jo, Cloud ist einfach da! Und jetzt ist er weg. Wir brauchen jetzt einen neuen. Ja, der kann einen Angriff machen und dann stirbt er. Er opfert sich wohl selber oder so. Gravitat! Gravitus! Gravitus! Ne, aber ich habe Verhexen gemacht. Weißt du, wenn ich einfach nur Angriff mache? Vielleicht bleibt er am Leben. Gravitus! Eins. Oh, ich glaube, ich kann nicht weiter. Okay, normaler Angriff macht der nicht so viel. Aber dafür überlebt er dann halt. Untoter? Ey, nicht mein Geist, I. Da! Endboss ist jemand, der im Abteil eine Tupperdose mit Frikadellen aufmacht und dabei seine Schuhe auszieht. Oh, kein Entkommen. Tika-taka-tuka, Tika-taka-tuka. Tika-taka-tuka, Tika-taka-tuka. Hey, was war das denn? Keinen Entkommen. Hm? Keinen Entkommen. Was ist das für eine Stimme? Sie scheint von dort zu kommen. Keinen Entkommen. Ein ganzes Nest! Keinen Entkommen. Hier auch! Bleib hier, komm zu uns, wer wie wir. Bleib hier, komm zu uns, wer wie wir. Bleib hier, komm zu uns, wer wie wir. Ganz schön anhänglich. Eine Sackgasse. Kein Problem. Kam euch die rettende Idee? Zeit für eine kleine Demonstration meines Könnens. Hier rüber, Aki! Puh! Boah, ist der crazy! Boah, ist der crazy! Es gibt einfach alle Züge. Keinen Entkommen. Was? Doch nicht etwa! Kein schön anhänglich. Wir müssen die hinterm Waggons abkloppen. Abkoppeln? Abkoppeln. Abkloppen einfach. Aber jetzt haben sie ja den Phantomzug kaputt gemacht. Der Zug, der ja die Untoten ins Jenseits bringt. Was machen jetzt die ganzen Toten, die jetzt auf den anderen Waggons waren? Wenn die jetzt niemals... Sind die Filmer verloren? Äh, wie komme ich hier weiter? Kann nicht lang. Kann nicht lang. Und hier drin kann ich auch nicht lang. Dann lass mich doch mal kurz vollheilen. Gut möglich, dass jetzt ein Boss kommt. Die Bestellung wird am Tisch entgegengenommen, der Herr. Ja, gestern setze ich mich hin. Futter, Futter! Bring so viel, wie du tragen kannst! Ob der Verzerr dieser Speisen wohl ungefährlich ist? Sei doch nicht immer so viel Verderber. Die Jungs sahen nicht aus, als hätten sie Ärger mit dem Gesundheitsamt. Außerdem kämpft es nicht schlecht mit leerem Magen. So tut, was ihr nicht lassen könnt. Euch aufzuhalten wäre sicher sowieso zwecklos. Wampf, Schmatz, Schlürf, einfach ich. Negative Zustandsveränderungen wurden geheilt. LP und MP sind aufgefüllt. Fuck, ich habe vorher Potions benutzt. Okay, die Wampe ist voll. Von mir aus kann es weitergehen. Äh... Ach so, hier lang. Nicht so voreilig. Siegfried. Gestatten Siegfried, meines Zeichens größter Schwertkämpfer der Welt. Und dieser Schatz gehört mir. Also zieht Leine, ihr Witzfiguren. Größter Schwertkämpfer der Welt? Größter Maulheld vielleicht? Au! Schwier ab! Welche Respektlosigkeit und das von einem Suppenkasper wie dir. Schmecke mein Stahl. Seht meine Fechtkunst. Für euch gebe ich eine Kindervorstellung. Ohohohoho. Ihr werdet beiden zu euren Mamis rennen. Holy shit. Ich schnaufe. Na, na, na. Na, bin ich gut oder was? Ah! Ok, Sieg, bitte also. Wie jetzt? War das etwa schon alles? Verdammt, wie gemein. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. He-he. Der Schatz ist mein. Tschüss, ihr Trottel. Ach, Mann. Leer. So wie mein Herz gerade. Hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Rechts war noch eine Kiste, was? In dem anderen Waggon. 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 Ach, die, lol. Oh, Ringe. Waggon. Zelt erhalten stark. Erstmal gleich im Zelt. Im, ähm, 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 im Zug gleich erstmal zelten. Oh, der ist ein Schaffner. Chat, ich hab kein Ticket gekauft. Wie man diesen Zug ähnelt? Nun, wer sich im Maschinenraum umsieht, sollte die Antwort finden. Anhält ähnelt. Okay. Ähnelt. Ein Monster. Gespenst. Ja, Chat, ähnelt ihr vielleicht einem Zug? Yo, Digi, entspann dich. Leute, wir verhexen es einfach One-Hit. Hakuna, Hakuna, Twilight Fox, Alter. Vielen Dank. Für 15 Monate. Dankeschön. Was glaubt man? Ähm, muss ich zelten? Eigentlich nicht. Du hast dich umbenannt? Wenn ich diesen Hebel umlege, na nur, es passiert rein gar nichts. Hm, hier steht etwas geschrieben. Moment mal. Um die Lok zu stoppen, müssen die Ventile eins und drei geschlossen werden. Danach gilt es, den Bremshebel neben dem Schornstein umzulegen. Eins, zwei. Wer wagt es, meine Fahrt zu stören? Der Zug redet einfach. Boah, die rennen. Teufelspfeife. Scheiße. Habe ich irgendwas dagegen? Kuriert Kobold, okay. Moment, wir müssen den Zug suplexen. Chat. Abfahrt. Die, die in den Zug kümmern. Ich decke'm, wir müssen den Zug auf. Oh Gott! Oh Gott! Junge, Junge, Junge. Nordisch einfach. Er ist ein bisschen anders, Alter. Nun gut, so will ich euch absetzen Doch vorher habe ich noch etwas zu erledigen 25 Minuten Verspätung Wegen Sublexus eines vorausfahrenden Zuges Man, die deutsche Bahn Die erfindet auch jeden Tag eine neue Ausrede Hast du, deutsche Bahn? Mich düngt, wir sind am Ziel Alter Mogri Endlich wieder festen Boden unter den Füßen Ich fahre nie wieder schwarz Nichts wie weg Also Chat Was lernen wir aus dieser Geschichte? Fahrt niemals schwarz Bahn, okay? Oh no Die ganzen Domanischen Bevölkerung Steigt in den Zug ein Das sind doch Elaine, O'Vayne Sind das etwa deine Frau und dein Sohn, Aki? Der Zug fährt ab So, wartet doch Elaine, O'Vayne Mein Schatz, es war eine glückliche Zeit Ich danke dir von Herzen Papa, ich werde auch so ein guter Schwertkämpfer wie du Ich hatte das irgendwie in Erinnerung Dass er Eigentlich auf dem Zug auch sein wird Und dann sich entscheiden muss Ob er aussteigt Oder halt auch in den Tod fährt Wir lassen ihn besser eine Weile allein Reden Aber wenn ich schwarz fahre Dann kann ich doch bestimmt Einen Zug Zug suplexen Und jetzt Chat Aber warum sind die drauf? Weil die gestorben sind Das sind ihre Geister Wir hatten doch vorhin Dinge jetzt mitbekommen Vielleicht warst du gerade nicht da Aber Seine ganze Festung wurde vergiftet Und seine Frau und seine Sohne sind gestorben Und der Zug fährt halt die Toten ins Jenseits Und er hat gerade gesehen Wie die Geister seiner Familie Auf den Zug einsteigen Das war geil Ja Ja Sieg mal Scape Ja Das war schon Fucking fucking Raiden Boss in Feindfenster 14 Das war so dumm. Es war schon funny. Im Kampf gab es so einen kleinen Moment, wo du in die Waggons reingeportet wurdest. Dann musst du so einen Geist dort besiegen. Nee, suplexen konntest du ihn in Final Fantasy 14 leider nicht. Nee, und hier läuft man leider nicht. Das wäre geil, wenn man die ganze Zeit laufen würde, aber ja. Aber auch die Geister hier. Ja, aber schon ein Funny-Kampf in Final Fantasy 14. Direkt in den Opener verkackt. Junge, Kasura, ey. So. Äh, I guess wir gehen auch hier hin, ne? Hier ist irgendwas Neues. Höhle zu den Ba... Was? Irgendwelchen Fällen. Oh, sorry. Barenfälle. Barenfälle. Das sind also die Barenfälle. Südlich davon liegt das Bestienfeld, ein Ort voller dunkler Geschöpfe. Ein Regenbogen. So schön, ey. Ein Zürich gibt es nicht. Wir liefen direkt in die Arme des Imperiums. Hm. Gelänge es uns, das Bestienfeld gen Osten zu durchqueren, kommen wir vielleicht nach Moblitz. Ich denke, meine Pflicht wäre damit erfüllt. Sadie? Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Es war mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, auf das wir uns bald wiedersehen. Er geht einfach. Ohne ein Wort. Er sagt nicht mal Tschüss oder so. Nicht mal ein... Mhm. Okay. Er geht einfach. Hinunterspringen? Keine Frage. Wahrscheinlich endet das jetzt hier, oder? Ob nix. Die kämpfen jetzt im Fallen. Oh, Junge. Stürzen gerade diesen Wasserfall runter und aus dem Wasserfall springen so Gegner raus. Die sind einfach zu crazy. Kannst du bitte das Spiel mit Kommentaren für all die blinden Zuschauer? Nee. 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 Oh, das ist jetzt der Boss von denen. Wie zu bad. Ja, der tankt auch schon ein bisschen was. Rave, dankeschön für 18 Monate. Das I-N-K-Geschehen für Inklusion. Ja. Ihr könnt ja gerne in den Chat für blinde schreiben. Das I-N-Chat steht für Inklusion. Hey, Jesse-Block. Haben wir einen neuen Charakter? Ein Junge. Eher Tier als Menschenkind. Doch funkelt warmes Licht auf dem Grund seiner wilden Augen. Oh. Wir haben einen neuen Charakter, Chad. Wer möchte den Namen haben? Wenn ihr den Namen haben wollt, dann schreibt in den Chat. Hubschraube-Landeplatz. Nee, warte. Nee, Joke. Schreibt einfach Wasser. Schreibt in den Chat Wasser. Nein, nicht Hubschraube. Hört auf. Okay, drei, zwei, eins. Buh-Buh. Dominik. Ja, ist einfach Dominik. Was, 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 was? Nein, 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 nein. So. Domme! Dominik! Dominik. 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 Dominik war, glaube ich, Blue Mage. oder, Chad? Ich glaube, Dominik war Blue Mage. Der ist doch ein Furry, oder? Ja, ja. Und der konnte irgendwie die Angriffe von Monstern imitieren. Also so Blue Mage-mäßig. Nicht wirklich. Jetzt nicht wirkliche mich hier an. Der richtige Blue Mage kommt später. Oh, für den Kazoo gibt es jetzt richtige Blue Mages und halbe Blue Mages. Ich nenne das Blue Mage Gatekeeping, was du hier betreibst. Nur weil er nicht blau trägt und einen Zauberstab in der Hand hat. Ich nenne das Spoiler. Und das kommt noch dazu. So, und den konnte man aber... Der ist, glaube ich, der Charakter ist, glaube ich, auch optional, oder? War das nicht irgendwie so? Musste man dem nicht irgendwie erst begegnen? Junge, wie viel Gegner sind das bitte? Das sind seine Brustmuskeln. Der ist halt so crazy. Der ist halt übelst buff, der Typ. Fleisch. Okay, dann holen wir erstmal Fleisch. Sogar, dass im Kampf die Musik läuft. Da ist er. Gau! Habe ich schon Fleisch? Was ist, wenn ich ihn jetzt töte? So, damit er direkt lernt, wie es hier in der Party abgeht, Junge. So. So. Garou, Garou, Garou! Garou, Garou, Garou! Hier Fremde weggehen, bestigenfalls verlassen. Ja, der ist irgendwie 10 Ja, der soll direkt wissen, wie es hier abläuft Dass er hier nicht zu einer halben Sache hier ankommt Sondern wir machen hier nur voll Wir machen nur ernst und wir gehen nur voll rein Wenn er dafür nicht bereit ist Dann ist er nicht bereit für unser Team Über die wahren Fälle kommst du her? Kommt zu glauben Die Flüsse führen dieses Jahr mehr Wasser als sonst Niemand gelangt bisher zu uns In einem Brief habe ich davon gelesen Dass ein Krieg im Gange sein soll Ist dem wirklich so? Weiter im Norden gibt es eine einsame Hütte Der alte Kauz, der dort wohnt Tickt allerdings nicht ganz richtig Es heißt, er soll sein eigenes Kind Für ein Ungeheuer gehalten und ausgesetzt haben Stark Diese Region wird auch Bestienfeld genannt Sieh dich besser vor Hier sammeln sich die garstigsten Monster der ganzen Welt Ich hätte den Eisho Speed genannt Alter, geiler neue Waffendigger Digger Ey, du bist ein cooler Charakter, okay? Du kriegst gerade zwar ein bisschen aufs Maul Aber du bist ein cooler Charakter Du bist der Lieblingscharakter des Chats Weil du bist ein Furry Chat liebt Furries Du doch auch Ich hasse Furries Uh, manchmal Konter hier Physische Angriffe treffen immer stark Sterne Schmuck dir die Magie erhöht Es ist ein paar Hyperreif Uh Let's go Mehr Stärke Oha, Chat Screenshot machen Das ist ja ein Bär Oh, kann ich mir nicht malen Ich kann nicht malen, Chat Alter Das sollte eigentlich die Nase sein Eigentlich sollte das die Nase sein Nein Er freut sich einfach Awww Awww Heheheh 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 Der hat so ein Messer in der Hand Heheheh Heheheh Ich steck dich ab, du Hohenson Spongebär Als ich gestern auf die Jagd ging hatte ich das Gefühl in einer Monsterherde ein Kind gesehen zu haben Ob das an der komischen Pilzpfanne lag die ich zuvor gegessen hatte Wohin Wohin mit dem Die einzige Verbindung zwischen Moblitz und der Außenwelt sind die Brieftauben Okay Das ist der Schneidebär Der schneidet dir ins Gesicht Ah Das ist also sein Name Ich brauche Pörkelfleisch Ich brauche Mitnehmen Pörkelfleisch Geben gleich kleine Kinder im Wald Und ein Kind kommt dann nach Hause Bruder von Scheidebär Fucking Scheidebär Als ich neulich auf der Jagd Monster mit Pörkelfleisch anlockte schnappte sich ein kleiner Bengel das Stück Ist euch der Schlangengraben bekannt eine Meeresströmung die sich tief auf dem Grund des Ozeans schlängelt Ich hatte keine Furry-Phase Was für Furry-Phase in meinem Leben Erklär das mit Cyborg-Katze Ich Mag Sci-Fi und ich mag Katzen Das war's Diese Strömung führt mutige Untersee-Reisende bis in den Hafen von Nigeria Doch der Taucherhelm den es einst in Moblitz gab ist unauffindbar In unserem Haus Ich kann mich Ich kann mich kaum bewegen geschweige den Lauf meinen geliebten Lola werde ich wohl nie wieder sehen Auf dem Tisch dort liegt ein Brief Könntet ihr ihn vielleicht hier reichen Okay Mein Liebster wie geht es dir sind deine Wunden verheilt Wie gerne eilte ich in diesem Moment an deine Seite Miranda ist weiterhin von den imperialen Truppen besetzt und täglich werden es mehr doch davon abgesehen verleben wir friedliche Tage ohne Leid Der Frühling naht und schon bald wird der Garten eine einzige Blütenpracht sein Mein Herz ist voll Sorge um dich mein Liebster Du musst jetzt ruhen und deine Verletzungen auskurieren An nichts anderes als dich denke ich Tag ein Tag aus Mögen die Götter meine Gebete erhören und uns ein baldiges Wiedersehen bescheren In Liebe Deine Lola Mobil es klingt nach Sachsen Digga was für Sachsen Die machen fett rum Strahl Zwinker Zwinker Schmacht Blink Blink Weißer Umhang Nö Brauchen wir nicht Lass uns Dominik in die Gruppe holen Dominik hat Hunger Dominik 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 Hey, Nudel-Yoshi, was geht ab? Ha! Leak! Kazura ist Dominik. Maeve streamed? No way. Dass ich das mal erlebe. Was geht ab, Maeve? Dankeschön für Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hab mit Maeve bestimmt. Wir sind gerade in den Wildlands und versuchen einen kleinen Jungen zu finden, den wir mit Fleisch anlocken wollen. Und bisher habe ich nur euch geschafft, mit dem Pöckel-Fleisch anzulocken. Aber nicht den kleinen Jungen. Nein, wir sind nicht in Sachsen. Hallo, Grüße. Ja, ich zeig' euch ihn gleich. Dominik heißt der. Ich zeig' ihn gleich. Der kommt nicht! Dominik! Ja, ich hab' den kleinen Jungen vollen gesublext. Ich wollte ihm nur zeigen, dass nur die Harten hier weiterkommen. Okay, daneben. Ach, weil's fliegender Gegner ist. Den kann man nicht suplexen wahrscheinlich. Okay, fünf Damage. Oh, das war mehr als fünf Damage. Da ist der Dominik! Gau! Äh, sorry, wegen Nordic. Der sonnt sich grad'n bisschen. So, Pöckel-Fleisch. So geh' ich auch immer ab, wenn ich Pöckel-Fleisch esse. Was will der denn, Mann? Ein komisches Kerlchen seid ihr. Äh, meine Wenigkeit? Haki. Dieser dort, Nordic. Ihr verstehen? Nordic, Aki? Will mehr Mampf. Hat sich ausgefuttert, Kleiner! Dein neues Suchen gehen. Ach, gib schon Ruhrzwerg! Du sicher Angst? Bist du Ärger? Du schlapp wie Hase! Was bildest du dir ein? Schnauf-Korch! Bist du ein zähes Bürschchen! Haha. Du krass! Ah, ah, ah! Ah, reingefallt, reingefallt! Na, so einer und ich vergesse mich. Okay. Er droht dem kleinen Jungen einfach Schläge. Allmächtige, steht mir bei! Ihr benehmt euch wie ein Kind, werter Nordic. Und ihr, mein junger Herr, wer seid ihr? Mich düngt, ihr könntet... Düngt? Düngt, düngt, düngt! Hahaha. Du sauer! Aki, du sauer sein! Aki, du sauer sein! Aki, du sauer sein! Also, weißt du? Seine Familie. Bla, 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 bla. Verstehst du? Ach so. Dominik Frech war. Dominik Leitun. Wie dem auch sei. Zu zögern geziemt sich nun sicher nicht. Die Zeit drängt zu Taten. Ihr, mein junger Herr, düngt mir ein gar exquisiter Weggefährte. Unsere Schicksale scheinen verbunden zu sein. Er reist doch mit uns. Au ja, Geschenk geben! Dominik will Aki und Nordic Geschenk geben. Danke für lecker Mampf. Er ist doch sicher ein Enos-Schrott. Nein, Schatz von Dominik. Glitzer, Blitzer, Schatz. Wie? So glänzend? Düngt, düngt, Dominik, düngt, Glitzer. Er düngt, ist er da. Nicht ich. So funkeln wie Banons Goldzähne? Link würde sich nicht mehr einkriegen, wenn wir ihm das erzählten. Wer sein Link? Link böse, Schatz von Dominik Clown? Link, also der... Du hörst ja überhaupt nicht zu. Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. Ich kriege mich kaum ein vor Spannung. Ich kriege mich... Oh, also spuck's schon aus, Kleiner. Hier, hier sein. Glitzer, Blitzer, hier sein. Wo Nordic stehen, Moblitz sein. Und wo Aki stehen, Ort, wo ihr angespült seid. Dominik seinen Mondsichel. Mondsichelberg, Mondsichelberg, da Glitzer, Blitzer sein. Wohl an. So lasst uns allen zu jedem Ort, den Dominik Mondsichelberg nennt. Mann, oh Mann. Ihr hättet gerade erklärt, da wo... äh, da wo gerade Dingens steht. Ich hab' seinen Namen vergessen. Aki. Da wo Aki steht, von ihm südlich, da steht ja... Dominik. Und damit will er sagen, einfach nur von hier im Süden. Das war's. Ich hoffe, der hat keine Flöhe. Boah. Ja, das sind die Glitzerflitzer aus Dark Souls. Düng, du schnell komm. Nix düngt, Kleiner. Wenn du so weitermachst, dann hat es sich bald ausgedüngt. Aloha, ein Kobold sich nie irrt. Aus Dominik ein großer Krieger wird. Und zwar so. Erstens, Dominik wird das Kommando Anspringen erteilt. Dies ist nur auf dem Bestienfeld möglich. Nach einigen Kämpfen kommt Dominik zurück und schließt sich den Gefährten wieder an. Er beherrscht dann fast alle Angriffe der Monster aus den Kämpfen, in denen er verschwand und wiederkehrte. Gau, genau. Gau, genau. Über das Kommando Rage kann Dominik die erlernten Angriffstechniken ausführen. Jetzt aber nichts wie weiter im Abenteuer. Das ist kein Kapper, das ist ein Kobold. Also laufe ich jetzt hier rum. Was ist denn so ein Tendo? Der liegt immer noch tot. Und dann mache ich anspringen. Und der hat es nicht geschafft zu machen. Der ist nicht im Tendo. Trägt keine Nintendo-Mütze. Trägt keine Mario-Mütze. Und ja, ich glaube auch, dem Tendo hat keine Flöhe. Wie ist seine Jobbezeichnung im Menü? Das müssen wir uns nicht anschauen. Da steht nämlich Blaumagier. Wolfsjunge. Ja, Wolfsjunge ist sowas wie Blaumagier. Was macht ein Mech hier? Im Bestienfeld. Okay. Jetzt ist er weg. Jetzt kommt er nicht mehr wieder. Wie lange dauert das, bis er wiederkommt? Dominik, fiel mal weg. Oder wir müssen jetzt wieder Pöckelfleisch suchen. Wann kommt er wieder? Wann kommt er wieder? Ich hoffe nicht, dass ich ihn wieder bejagen muss. Ich habe kein Pöckelfleisch dabei. Im Jagen, Junge. Den kleinen Jungen jagen. Wie das klingt. Oh, da ist er! Gau! Und ich muss ihm jetzt wirklich ein Item wiedergeben? Ich gebe ihm eine Potion. Ihr Fremde weggehen, bis sie werden verlassen. Was für Fremde! Was für Fremde! Er hat uns wieder vergessen. Okay, ich kaufe mir ein paar Pöckelfleische. Jetzt wird mies gegrillt. Ich meinte aber mit voller Einsatz nicht. Der soll uns alle vergessen. Du kannst aber hier nur auf diesem Feld machen. Dann irgendwo anders auf der Welt geht das gar nicht, oder wie? Kein Fressen, kein Freund. Ich weiß nicht, ob hier noch mehrere Gegner dazukommen. Also hier scheinen recht viele verschiedene Gegner an sich schon zu geben. Ja. Aber vielleicht kommen später neue Gegner dazu. Ist ja oft so in den Spielen gewesen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt überall auf der Oberwelt stärkere Gegner da sind. ja ok aber treib halt starker Konter hör auf das klingt nicht wie 50 Cent hör auf sag das nicht das ist nicht der Candy Shop hier wie lange lebt der wo ist der Bengel wir wollen zum Mondsichelberg hier 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 er kommt nicht Chat ich habe meinen Sohn verloren Belmodar schon sie haben mich von meinem 14-jährigen Sohn entfernt da ist er ja starkes Video oh oh finally so gönn dir gau gau ich Dominik ein Freund sein Freund wieder zusammen wandern ok wie Junge ist der oben ohne der hat grüne Ohrringe du 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 d du ich dachte der trägt ein Shirt aber hier auf dem Bild sieht er sowas wäre er oben ohne Er ist so ein bisschen babyblanker aus Street Fighter. Okay, der zeigt mal, was der jetzt gelernt hat. Zalem. Nein, nicht anspringen. Rage. Boah, okay. Zalem. Okay, man macht alles nur auf sich selbst. Ach, er macht jetzt die Charaktere nach. Er ist jetzt auch in Zalem. Und jetzt kämpft er wie in Zalem. Stein. Hä? Okay, ich check nicht, was Dominik's plan ist. Das ist ja gar kein Blaumagier. Wer ist der denn? Aki. Dieses Glitzerblitzer-Ding, von dem Dominik faselte, ist das vielleicht hier? Nun denn, werter Dominik, wo verbargt ihr den Schatz? Schatz. Dominik, vergessen. Sollen wir suchen? Mich düngt, uns bleibt keine Wahl. Düngt, 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 düngt. Was hast du, Dominik? Ist da etwas? Gau? Hey, meine Börse, da waren 500 Gilderinnen. Ah! Dominik, du Kleiner! Gemach, Gemach, werter Nordic, wir haben wirklich Besseres zu tun. Ich mach gleich Hast. Grr! Ist dies das Glitzerblitzer, von dem ihr sprach, Junge her? Schatz, das Schatz! Wie bitte? Dieser Tant, ein einfacher Blecheimer? Würde prima über deinen Kopf passen. Das ist ein Taucherhelm. Na klar, damit ginge es. Ich meine, damit könnte man vielleicht unter Wasser atmen. Auf geht's. Dü, 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 dü. Ein gar unbändiger Strom. Wo du recht hast? Naja, wie auch immer. Einzig der Schlangengraben kann uns wieder mit den anderen zusammenführen. Ah, 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 ah. Er hat Angst vor Wasser. Auf geht's! Buh, buh! Nein, das ist die sicherste Stelle von allen, die es gibt. Auf einmal hat Drakengraben-Musik. Akzinion! Oh, Rockanon! Okay. Flüsterer, Flüsterer, wer hat, äh, wie wär's mit nem Magitek? Er denkt jetzt erst nem Magitek. Er macht Magitek-Laser. Boah. Okay. Okay. Vioqual Drachal, Drachal. Probieren wir mal den Kartagra. Klingt geil. Giftstachel. Kein Damage gemacht. Gleich nächstes Genji-Item verpasst. Ja, ich glaube auch. Äh, wie wär's mit Ziblit? Ziblit. Schere. Okay, not bad. Schere. No, not bad. Okay, sobald man ihm gesagt hat, dass er irgendeine Rolle übernehmen soll, dann kannst du den nicht mehr kontrollieren. Was heißt Schere? Der Angriff? Englein wird jetzt gepackt. Fickt jetzt das Spiel an? Machen wir gleich Rudel gucken. Äh, Belmodar. Hoffen beide verlieren. Megavolt. Ich bin angekommen. Schlangengraben. Grünes Barree. Soll er vielleicht mal Sachen geben, ne? Er nimmt auch gar keine Waffe. Hoffen. Ich kann mir eine beantworten, was Schere als Jugendwort heißt. Ich glaube, da sagst du einfach nur, äh, dass du halt schuld bist. Zum Beispiel keine Ahnung. Es stinkt. Es stinkt plötzlich und jemand fragt, wer hat hier gefurzt. Dann sagst du Schere. Das ist es. Und wenn zwei Frauen sich lieb haben. Trag ihn. Hey, süßer Tricksal mit mir, Schmatz. Was fällt euch ein? Kennt ihr denn keinen Anstand hinfort? Dirne. Ihr seid doch nicht so verkrampft, Schnuckelentspannende. Willst du mal Sender verstellen? Sender verstellen? Die weiß genau, wer ein leichtes Opfer ist. Seid ihr etwa gefeit von ihren Reizen? Die Früchte jahrelanger asketischen Trainings. Okay. Jetzt quasselt doch nicht so viel rum. Ich weiß was viel besseres. Oder hört, etwas gehört sich doch nicht für ein Mädchen. Kennt ihr denn keinen Charme und Zurückhaltung? Predigt Belehr, moralisier. Auch Aki. Chill doch mal. Bumst doch mal ein bisschen rum. Wir sind in der Kneipe. Zen, Albrock, Maranda, sie alle fielen dem Imperium zum Opfer. Kennt ihr den komischen Alten, der in der Hütte am Unterlauf des Letestroms lebt? Vor 13 Jahren bestellte man sich als Hebamme zur Geburt seines Kindes. Doch die Geburt stand unter keinem guten Stern. Die Mutter starb und der Alte drehte durch. Das Baby noch rot vom Blut der Geburt hielt er für ein Monster und ließ es allein in der Wildnis zurück. Das arme Ding hat sicher nicht lange überlebt. Uh, Dominik ist 14! Was denn? War doch schon ein großer Bursche! Komm mir bekannt vor, wurdest du auch? Als du geboren bist in die Wildnis? Ausgetragen. Privatsache, okay. Ich frag nicht. Er ist einfach der Mogli hier. Nee. Ich kann ja theoretisch schon die Items kaufen für die anderen, ne? Quasi vorkaufen. Wenn ich die gleich spielen muss. Genau, Domtendo ist 14. Der Forscher wurde von Fröschen aufgezogen. Deshalb der Name, okay. Hätte ich hier noch was in nem Dorf machen müssen? Weil ich hab irgendwie auf der Map keinen Weg, wo ich hin kann. Schokobostall gibt's noch. Du 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 du. Oh. Hier haben wir geschlafen. Für mich sieht das alles wie billiger Plunder aus. Aus dem Weg ist es Einkaufstreit. Tralala, dass mir keiner die Sonderangebote wegschnappt. Queen, Slay. Ist es wahr, dass auch Doma von Gestaltstruppen okkupiert wurde? Weißt du, weißt du, dieses Eiland ist separiert von der ganzen Welt. Darum müssen wir immer Schiffe fahren. Aber was heißt eigentlich separiert? Und warum wachsen hier keine Eier, obwohl man Eiland sagt? Er stellt die wichtigen Fragen. Das wird ein großer, großer, großer Junge. Der wird noch einiges im Leben erleben. Großes erreichen, nicht erleben. Junge. Mein Kahn bringt dich nach Südfeigerau. Okay. Ab, Abfahrt. Der wird bestimmt mal in einer Telegram-Gruppe darauf hoffen, sich einen Porsche kaufen zu können. Nun ist es nicht mehr weit, bis Nasche. Ich hoffe, Fatality und die anderen sind heil angekommen. Sei unbesorgt. Gau, Gau! Okay. Da wären wir auch damit durch. Eiland bedeutet Eiland, weil das Land halt geformt ist wie ein Ei und nicht weil dort Eier wachsen. Deshalb ja. Warum kommt Dom jetzt eigentlich mit? Die sind halt Freunde. Wieso nicht? Ihn hält nichts fest? Wer ist an nichts gebunden? Wer ist ein freier Junge? Er hat neue Freunde gefunden, also wieso nicht? Er hat zweimal Essen gegeben. Ich habe ihm zweimal Essen gegeben, Draghi. Zweimal, okay. Auf der Flucht vor den teuflischen Klauen des Imperiums steuern Banon, Fatality und Roberta durch reißende Ströme Gennasche. Zweimal Essen und einmal habe ich ihn gesuplext. So. Aber sehe ich das gerade richtig, Chat? Äh, Saddy, Dominic und Nordic. Äh, sind gerade durch den halben Ozean mit einem Taucherhelm geschwommen. Ja, mit einem vor allem. Oh, die habe ich etwas jetzt gemacht. Und wie? Ja, mit einem vor allem. Äh, nicht Serdi meine ich. Äh, Aki. Nicht Serdi. Aki, Dominik und Nordic. Die sind jetzt quasi durch den halben Ozean unter Wasser geschwommen. Mit einem Taucherhelm. Coole Sonnenbrille, Banon. Gut gebetucht. Ich hab echt null Plan, was storymäßig passiert. Bin total abwesend heute. Also. Kefka ist böse. Ich glaube die nicht. Äh, im Großen und Ganzen ist das Imperium gerade auf dem Marsch. Die ganze Welt zu erobern. Weil sie die Magie wieder erwecken. Und es gibt dann halt so Rückkehrer. Das sind so Widerstandskämpfer. Die wollen halt das aufhalten. Und äh, ähm, dieses Mädchen hier hat wohl die Möglichkeit, das alles aufzuhalten. Weil sie die Kraft hat, Magie zu beschwören und wohl irgendwie Kontakt zu S-Bahn aufnehmen kann. Und jetzt versuchen die die ganze Zeit in der Stadt zurückzugehen, wo es eine S-Bahn gibt, um mit dieser S-Bahn in Kontakt zu treten. Hey da, ihr seid doch Rückkehrer. Ich dachte, vielleicht kann ich nochmal rein und mir die Genji-Handschuhe holen. Äh, Genji-Handschuhe holen. Aber geht nicht. Und da beim Versuch mussten die sich alle ein bisschen trennen. Und zum Beispiel den Nordic, den wir gerade gespielt haben, der ist halt vom Floß runtergefallen. Und wurde von der Gruppe getrennt. Und hat gerade sein eigenes kleines Abenteuer erlebt, wo er Dominic getroffen hat und Aki getroffen hat. Oh, das ist das Tutorial-Haus. Schickt Gestahl seine räudigen Hunde erneut. Haltet ein. Verschwindet hier auf der Stelle oder ihr bereut es. Okay. Nun hört uns doch einmal an. Ich bin Fatality, König von... Elender Lügner. Ui, ui, ui. Versteht ihr nun, warum ich lieber der Holden-Weiblichkeit fröne? Halt doch dein Name. Männer hören einfach nicht zu. Und das alles nur meinetwegen? Es tut mir so leid. Als ich FF6 mal angefangen habe, habe ich Terra Aqua genannt, weil ich es ungewohnt fand, wegen dem Kingdom Hearts. Terra. Wieso hast du ihn nicht Daniel genannt? Äh, sie, meine ich. Gibt es irgendwie einen Shortcut? Äh, wo ich mich reinmogeln kann in die Stadt, Alter? Das sind ja nur die Tutorial-Hasen. Weiß nicht, Daniel ist schon ein Banger-Name. Vielleicht dachte ich, du heißt Daniel, deshalb... Äh, Chettos? Chetti? Chettos, Chetti, Chatterina? Wie komme ich da rein? Chettos Maximus? Durch die Tür? Muss ich jetzt wirklich hier mit den... Tutorial-Hasen quatschen? Hä? Die lasst mich nicht rein? Ich weiß nicht, wo SID ist. Pupupupupu. Wieso kann ich hier nicht mehr rein? Soll ich da mit dem Chocobo reinreiten? Chocobo reinreiten? Chocobo reinreiten? Chocobo reinreiten? Chocobo rein! Chocobo rein! Chocobo rein! Klingt das dem Ding jetzt auch so komisch? Emonuji? Das ist Chocoboo! Chocoboo! Was sie da auch rausgekitzelt haben aus dem SNES-Chip! Crazy! Chocoboo! 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 Ich hab's gefunden. Als Link mir zu Flug verhalf, sind wir irgendwo hier rausgekommen, glaube ich. Link hat mir alles erzählt. Man muss einfach nur diesen Stein hier drehen. Gedreht. Wir wurden mit der Musik abgelenkt, während du gegoogelt hast. Ach so! Pi-, siegio, hau! Oh mein Gott, okay. Habe ich mir das gemerkt, Chob? Ist das etwa hier, was? Das ist ein Raum, um die Nägel zu prüfen. Die Narsch ist wache. Hört auf zu reden, ich vergesse es gleich wieder. Ne, wir haben diesem Licht genau folgen. Hört auf, ich vergesse es gleich. Die haben zu lange gelabert. Ich könnte mir doch jetzt nicht etwas geben, was ich mir schnell merken muss. Und dann reden die erst mal 10 Minuten. So, dass sich das wieder aus meinem Gehirn löscht. Können sie mal sehen. Boah. Einfach Tabaluga TV. Ja, warte, ich glaube, ich muss. Hier bin ich runtergefallen. Ah, hier ist jetzt ein Loch. Ich mach die Tröte. Diese Posaune. Oder wie auch man das nennt. Das Blasinstrument. Boah. Das Banjo, Digga. Oh, es geht hart. Es geht ab, Gang. Kupo. Kupo. No way hat er nicht gesagt. Kupo. 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 Ohne ein Schwert erhalten. By the way. Kurz mal die Rüstung aktualisieren. So, wo war denn das Vieh? Ich bin im Kreis gelaufen. Kreis gelaufen. Aber das war doch. Ach, das war jetzt schon die. Nee. Hä? Wo war denn das Vieh nochmal? Ne, das war unten. Wenn man unten durch die Mine gegangen ist. Durch den Haupteingang. Sabanon. König Fatality. Und Roberta. Du auch. Yo, Kulazuma. Gute Nacht. Ciao, ciao. Und hey, Beaver. Es geht ab. Was war denn jetzt eigentlich Runic? Runic. Wenn du das aktivierst, ist der nächste Spell, der auf dich geht. Macht keinen Damage. Aber wandelt den Damage in Mana um. Mein guter Arvis, wie stehen die Dinge bei euch? Nasch ist weiterhin autonom. Weder mit dem Imperium, noch mit den Rückkehrern gibt es Bündnisse. Meine Appelle, sich dem Widerstand anzuschließen, finden kein Gehör. Doch jetzt, wo ihr hier seid, werden die Menschen vielleicht wachgerüttelt. Wie geht es im Volk? Alle leben in Angst, seit die Esper in den Minen entdeckt wurden. Dieses Mädchen vermag das Mysterium, um die Esper vielleicht zu erhellen. Die Angst vor jedem Wesen ist zweifellos groß. Doch groß ist auch die Neugier der Menschen. Wenn wir es geschickt anstellen, werden sie Roberta vielleicht akzeptieren. Ich frage mich nur, ob die Esper uns Erlösung bringt. Oder verderben. Lass mich zur Esper. So trafen die Gefährten einer nach dem anderen in Nasche ein. Doch am Horizont ragten bereits drohend die dunklen Wolken der entscheidenden Schlacht auf. Wir spielen vielleicht heute das Spiel noch durch, Chat. Nun bin ich also über alles im Bilde. Doch, sagt mir, ihr wollt allen Ernstes, dass wir Blut vergießen? Das hat niemand gesagt. Sie haben es nur anders formuliert. Das Gestaltische Imperium hat sich abermals in Bewegung gesetzt. Der Imperator will sich der gefrorenen Esper aus den Minen bemächtigen. Doch vergrößert das Imperium seine magischen Kräfte weiter, ist eine Katastrophe wie vor tausend Jahren nicht mehr abzuwenden. Der Magikrieg. Der legendäre Krieg, der die Welt in Schutt und Asche legte. Wollt ihr damit andeuten, dies könnte sich wiederholen? Ich hätte die Menschen für weiser gehalten. Fatality. Die Gang. Nordic, du lebst. Wie ich sehe, hast du neue Gefährten. Dung, 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 dung. Gestatten Aki, Krieger aus dem Königreich Doma. Ich Dominik, Gau. Das Imperium hat alle Bewohner Domas ermordet. Sogar Frauen und Kinder. Das Ding ist ja, der kleine Junge, der sagt ja immer Gau, Gau, Gau. Weil er ja eigentlich Gau heißt. Und dann sagt er immer seinen eigenen Namen. Das wäre lustig, wenn man ihn Dominik, wenn man ihn Dominik nennt, dass alle Gau's, die er sagt, alle umgeändert werden zu Dominik. Dass er die ganze Zeit dann sagt, Dominik, Dominik. Kefka hat sie alle vergiftet. Wie grässlich. Ältester. Doch das liegt sicher daran, dass Doma mit den Rückkehrern kollabrierte. Ein neutrales Land würde das Imperium nicht wagen, anzu... Du ehrst. Link, die imperialen Truppen stehen bereits kurz vor Narsche. Was? Link, mein Freund, woher hast du diese Information? Von ihr. Jules war Generalin in der imperialen Armee. Also doch, ich wusste doch, dass dieses... Doch diese Visage von irgendwo aus dem... Aus dem Weg, Sir Dominik. Okay. Die berüchtigte Generalin Jules, der Todesengel Marandas. Räudige Hündin Gestalt. Empfange die Strafe, die dir gebührt. Dünk. Moment. Jules hat dem Imperium längst den Rücken gekehrt und versprochen, uns zu helfen. Aber ich habe versprochen, sie zu beschützen. Und eine Frau, der ich meinen Schutz versprochen habe, lasse ich nicht im Stich niemals. Link, hast du diesen Vorfall etwa immer noch nicht überwunden? Okay, also es gab schon mal ein Mädchen, was er wohl verteidigt hat. Und das hat nicht funktioniert. Und für ihn jetzt Jules zu verteidigen, ist irgendwie Traumatherapie oder so. Auch ich war eine imperiale Kriegerin. Wie bitte? Das Imperium mag abgrundtief böse sein. Doch gilt das nicht für all seine Bürger. Zeigt er ihm gerade Doppelmittelfinger? Die Worte meines Bruders verdient Respekt. Das Imperium. Wir werden angegriffen. Doppelfick dich geht raus. Wir brauchen diese Esper, koste was es wolle. Doch was ist mit der Zivilbevölkerung, mein Lord? Die sollen sterben, wie die Fliegen, die sie sind. Aber Nasche ist neutral. Idiot! Kapiert ihr denn nicht? Mitleid haben diese Verräter nicht verdient. Ihnen gebührt der Tod. Metzelt sie nieder. Nun bleibt uns wohl nichts mehr übrig, als zu kämpfen. Zu den Waffen! Der Feind hat es auf die Esper abgesehen. Wir haben sie doch auf die Klippen geschafft. Gut, dort wollen wir sie mit unserem Leben verteidigen. Link hat eine bewegte Vergangenheit. Dass er euch gerade schützt, heißt nicht, dass er euch liebt. Verfeilt ihm nicht. Eure Fürsorge rührt mich. Doch ich bin nicht Soldatin und kein liebeshungriger Trottel. Euer Mundwerk ist flott wie ihr meine Teuerste. Das Mädchen, das von Geburt Magie beherrschte. Dass wir uns so wiedersehen würden. Auch du trägst Magie in dir. Das spüre ich. Doch du bist anders als ich. Mir hat man magische Kräfte künstlich initiiert, als ich ein Kind war. Ah, sie ist ein Supersoldat. Eine Magitech-Kriegerin aus der Retorte. Ist es dir möglich, andere Menschen zu lieben? Willst du dich über mich lustig machen? Was geht denn da ab bei denen auf einmal? Ich traue dir längst nicht. Vergiss das nicht. Wie du meinst. Dann sollst du dich mit deinen eigenen Augen überzeugen. Okay. Die finale Schlacht beginnt, Chat. Wir holen uns die S-Bahn und dann Abfahrt. Oh, okay. Jetzt das, was wir schon am Anfang im Tutorial gemacht haben, machen wir jetzt nochmal. Aber mit der ganzen Gang. Es gilt dir ja, Gefrohene erst mal von Kefka zu schützen. Kupo. Soll ich es genau erklären? Wieso hat er es nicht genau erklärt? Okay, sie ist Magierin. Ähm, dann... Also sie kann heilen. Und sie kann heilen. Die packen wir in zwei verschiedene Teams rein. Der macht gut Damage. Und der macht gut Damage. Und die anderen alle in einem Team, so. Die kommen schon klar. Da kommen sie! Na, wenn das mal nicht die erbärbliche Verräterin Jules ist. Wie schön. So kann ich euch alle auf einen Streich auslöschen. Oh, die Lache. Horwärts, Männer. Tickt diesen Abschaum vom Anblitz der Welt. Einfach wieder Dingensmusik. Dingensmusik. Ivalis Musik. Final Fantasy 12. So, Abfahrt. Ähm, nein! Ich verklick mich wieder. Ich drücke jetzt die ganze Zeit wieder Runik. Anstatt zu heilen. Ja, die Heilerin, die dafür gedacht ist, die Gruppe zu heilen, heilt jetzt nur sich selbst. Irgendwie, die gehen komplett nur auf sie drauf. Nein! Die haben wieder Runik gedrückt. Oh, ich hasse Runik. Ja, die Musik ist banger, Mann. Der Song ist nice. Ich komm hier alle nach hier hin. Chillt doch mal. Okay, die Fokus sind so hart, die Alte. Crazy. Crazy. Alle ignorieren Nordik. Nordik prügelt alle nieder. Und sie steht die ganze Zeit da und heilt sich selbst. Und manchmal verklick ich mich und benutze Runik. So, wie gerade eben schon wieder. So, wie gerade eben schon wieder. Moment, ich merke gerade, dass Terra, äh Terra, äh Roberta komplett useless da oben steht, ne? Jetzt muss ich mit der runterlaufen. Also nicht, dass die hier einen schlechten Job machen, aber für ein bisschen Abwechslung. Bisschen Mana aufteilen. Äh, Mana. Bisschen Erfahrungspunkte aufteilen. Moment, ich glaube, da konnten die noch ganz rechts noch lang. Hab ich das gerade richtig gesehen? Die laufen gerade irgendwie rechts rum. Ja, theoretisch hätte man das mit einem Team komplett alles alleine machen können, ne? Der läuft einfach weg, okay. Wir sind mitten im Krieg. Oh ne, okay. Ich dachte, da kann man ganz rechts noch lang laufen. So, die kriegen hier, die kriegen ihr eigenes Futter zu fressen. So, Magitek. Wuhu. Das macht hier gar kein Damage. Es gibt einen Tag. Das macht hier gar nicht hat einfach alles weg, Junge. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch gegen... Ob wir jetzt noch gegen Kevka kämpfen müssen oder ob das jetzt war. Ob das jetzt war... Ob es das jetzt war. Ach, da kommen noch mehr. Da sind ja ganz schön viele. Okay, die braunen sind auf jeden Fall um einiges anstrengender. Vielleicht hätte ich halt wirklich komplett auf Damage gehen sollen. Also ein komplettes Viererteam machen und wirklich mit denen alles wegräumen. Ich glaube, das wäre wirklich am stärksten gewesen. Wäre auf jeden Fall um einiges schneller gewesen. Ein Heiler, drei Damage-Dealer und dann Abfahrt. Alle einfach niedermähen. Jo, wer ist ein Bulli? Der Süße. Das ist ja die Sonne. Teilhaal, dafür, eine Zelle. Der Süße. Das ist ja das ist ja auch bei Hino. Der Süße. Kuppenheilung Ja ihr dürft die Zeit nicht abschätzen Wie mit normalen Playflows Das ist ja ein Pixel Remastered Playflow mit Boost Wir müssen hier sowas nicht machen Wie Grinden oder sowas Wir sind hier schneller Ich muss nicht Grinden Ich kann Encounters die ganze Zeit ausmachen Was ich sehr oft mache Wir werden hier viel schneller durch sein Als im Internet steht Waren wir ja bei den anderen Teilen auch XP-Buff habe ich gerade noch nicht an Ich habe meistens das so gemacht Dass ich immer XP-Buff gespielt habe Und wenn ich gemerkt habe Okay Ich kriege gerade ziemlich mies aufs Maul Dann habe ich halt für den nächsten Dungeon XP-Buff angemacht Oder sowas Dass ich ein bisschen wieder aufhole Ja How to long to beat Bei Pixel Remastered kannst du auch schlecht nachschauen Weil es gibt dann wahrscheinlich super viele Leute Die spielen mit Cheats Es gibt Leute wahrscheinlich die spielen dann ohne Cheats Es gibt Leute die spielen dann nur mit halben Cheats So ne Also Das ist ganz sehr schwierig nach Also wirklich Jeder hat quasi einen komplett anderen Playflow Von der Geschwindigkeit her Da kannst du nicht so einen richtigen glaube ich So einen Durchschnitt finden Äh Was Wer hat die Schere gehabt Probieren wir mal was Neues Epox Das macht ja gar kein Damage Ich kann ihn jetzt noch nicht wechseln Okay So war das das letzte? Verflucht den Piraten Ihr werdet euer blaues Wunder erleben Au Warum schwebt er im Tendo? Ja wahrscheinlich weil er gerade seinen Ding instaktiviert hat Pillenreiter Okay Weil wahrscheinlich das was er nachahmt ist Irgendwas fliegendes oder so Ja Nordic macht das alleine So knappi Silberlast Oh Das ist einfach Gaius aus Elden Ring Vielleicht fliegt er die ganze Zeit hin und her Boah die Blöcke sind geil Ja easy Sollt ihr da liegen im Schnee Nordic macht das alleine Suplex 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 Easy So jetzt suplexen wir noch Kevka Boah er kriegt jetzt ein richtiges Artwork Kevka wird gesuplexed Kevka wird gesuplexed Dann muss ich die Schuhe erst mal sauber machen Nein nicht Kung Fu Nein das ist nicht cool Okay mach ich Mach ichs liebe Ich stell mich in alle Auees rein Au Maschallah der Damage Was ist denn jetzt Mana oder was Oh Aber ich hab da noch ein paar Leute Okay die dürfen nicht kämpfen Jetzt hab ich ein Problem Chat Was wenn ich jetzt mit der anderen Truppe das nicht schaffe Die sind jetzt auch nicht viel stärker eigentlich Ich glaub du kannst mit dem Dude da unten reden Ja das ist der Dude mit dem ich dann gleich den Bosskampf mache Ich will mit dem keinen Bosskampf machen Man kann sich auf jeden Fall heilen aber Ich kann die Formation halt nicht mehr ändern Das ist jetzt doof Würden die es hinkriegen Die können sich halt nicht mal heilen Okay Items ne Können ja mal mit Dingens probieren Mit Aki und Roberta Ob das da besser aussieht Aber ich denke nicht Funktioniert Tiger bei ihm? Oh Ne Leider nicht Ja dann machen wir Spielen wir mal auf Konter Was ist dieser Damage? Mann Nicht blocken Konter sich jetzt selbst? Ne Er blockt alles ab Darf nicht blocken Jetzt 700 Ich halte beim nächsten Mal Okay Blitz ist nicht cool Mit Blitz habe ich jetzt nicht gerechnet Das Ding ist Ich weiß nicht mehr wann ich normal gespeichert habe Chat Klappt das schon ein bisschen her oder? Ich glaube vor Narsche Dann haben wir hauptsächlich Dialoge Ich probiere nochmal mit den beiden aus Information geht nicht Warte ich mach mal mit den beiden Aber ich stelle sie mal nach hinten Ich weiß nicht ob das was bringen würde Man kann wirklich nicht mehr weg sein Nordic muss das machen Ja ich hab wieder Runic gemacht Ja so wird das jetzt recht nichts Oha Runic hat was gebracht Chat Boah Eisra? Bitte bring dich nicht selbst um Jetzt muss man gleich gucken Ob ich was gegen Konfus habe Also so Accessoires gegen Konfus Da als ob das so viel Damage macht Ja ich hab auch nicht unendlich Phönix wedern Sieben Stück noch Greif doch mal Jules an Danke Komm geh durch Jetzt ist sie verwirrt Komm schon Fuck sie ist tot oder? Shit Shit Komm block 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 Mach physischen Angriff und block Mann Block doch jetzt bitte Scheiß auf die alte Chat Ich gamble drauf Dass er fast tot ist Ich gamble drauf dass er fast tot ist Ich gamble drauf dass er fast tot ist Er fließt Ja Ihr Blödjane Das werde ich mir merken Die S-Bar ist sie unversehrt Junge 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 Tja die Gruppenaufstellung war eine komplette Katastrophe Ich hätte wirklich wenigstens ein starkes Team machen sollen Da steht sie noch immer gefroren und regungslos Doch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren Sie lebe unmöglich Roberta was hast du Okay Link fällt fast runter vom Berg Nein Ich habe immer ein Team mit vier gemacht Und damit alle bekämpft Ja das wäre auch wahrscheinlich jetzt besser gewesen Aber ich dachte halt Die laufen halt super schnell Und ich muss halt richtig aufteilen und so Aber ja so langsam wie die gelaufen sind Hätte ich auch einfach ein Team nehmen können Einfach alle niedermähen können Die S-Bar und Roberta Alle fallen gleich vom Berg runter Junge Reagieren aufeinander? Was ist das für ein Kribbeln? Das ist Liebe Roberta Wie bitte? Was hast du gesagt? Bitte du musst es mir sagen Wer bin ich? Wo komme ich her? Roberta Ich liebe sie Sie kommuniziert mit der S-Bar Roberta Weg von der S-Bar Sie fliegt weg Es spinnt sich so schnell Dass sie einfach wegfliegt Das ist jetzt Dragon Ball Du hast längst gemerkt Es ist noch lange nicht vorbei Sei bereit Durch die Wolken Dringt dein Licht Der Himmel wird klar Du erkennst das Zeichen Nichts ist mehr so Wie es früher war Echt? Bist du wach? Wo ist Roberta? Geht es ihr gut? Ihre Gestalt wandelte sich Und dann flog sie einfach fort Als sei sie Als sei sie sie selbst Als sei sie Selbst eine S-Bar gewesen Link Du bist wieder zu dir gekommen Etwas ist mit Roberta geschehen Ob eine Verbindung zwischen ihr Und den S-Bahn besteht? Jedenfalls müssen wir ihr helfen Augenzeuge berichten Dass sie in rasendem Tempo In westliche Richtung Figaros flog Dann nichts wie los Ich habe doch versprochen Sie zu beschützen Link Immer mit der Ruhe Das Imperium kann jeden Moment Wieder hier einmarschieren Um die S-Bahn sich zu reißen Und auch Serbanon Muss geschützt werden Selbst wenn sie einst Dem Imperium diente Diesem Mädchen Muss geholfen werden Boah Er ist auf einmal auch auf ihrer Seite Dann sollten wir uns aufteilen Ein Teil von uns bleibt hier Um Nasche zu schützen Der Rest kann mit Burg Figaro Die westlichen Lande erreichen Vielleicht gibt es in Kolingen Oder Jidor Weitere Hinweise Okay Ähm Aufteilen Wir sind jetzt Ähm Wer geht jetzt Also das Team Was ich jetzt mache Zieht jetzt los Und will sie jetzt retten I guess Ähm Ähm Sind das unsere Retter Weil die beiden Als Duo Haben sich ja schon Ganz gut bewiesen Dass die einiges Ähm Aufhalten können Die verteidigen dann Die City Und Gau ist halt Dominik ist halt dabei Aber die drei Aber die drei Haben dann halt Keinen Heiler Aber gut Wenn die drei Äh Jetzt Hinter Dingens herlaufen Hinter Roberta laufen Und sie dann erreichen Und sie dann ja Zu denen Zu denen stößt Dann haben sie ja Sie im Team dabei Und sie kann heilen Bis dahin Müssen sie sich halt Mit Potions Potions versorgen I guess Ja machen wir so Ja 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 Aber Chat Ich würde sagen Wir hören hier an der Stelle Auch auf Ich denke mal Ist ein ganz guter Cut Wir haben jetzt die Drei Stories hinter uns Nee Kein 24 Stunden Stream Wir haben die drei Stories Hinter uns Die Anfang Stories Und jetzt beginnt quasi ein neuer Part Neuer Abschnitt Und Das machen wir dann nächste Woche Sonntag Ja das Game ist sehr nice Macht sehr viel Spaß Ist sehr cool Die ganzen kleinen Ähm Die ganzen kleinen Ähm Mini Games zwischendurch Für die Abwechslung im Gameplay Ähm Die ganzen Charaktere Dass sie alle irgendwie so ne eigene Äh Ne eigene Eigenheit haben Und so Äh Die Story ist auch ganz cool Und so Macht schon Spaß Ist schon nice Phantom Train Ja Die ganzen Szenerien Die wir jetzt auch schon hatten Auch alle sehr unterschiedlich Und so Das war schon Auf jeden Fall ne coole Abwechslung Ne cooler Ein cooler Trip Suplex war bisher Top Moment Ja Fucking Zucker suplex Ja mal schauen Wie lange wir dafür brauchen werden Chat Ich kann mich Gar nicht mehr daran erinnern Wie lang das Game Also wie lang die Story war Was da noch so alles vorkommt Kann ich mich gar nicht mehr erinnern Aber ja Mal schauen Äh Ja Chat Wir sehen uns Dienstag denke ich Äh Dienstag wird wieder mies gebongt In Elden Ring Ähm Und ähm Ja Ja Ich wünsche euch einen wundervollen Start In die neue Woche